Ja, bei Triton gibt es dann natürlich Leute, wo man jetzt nicht total tief drin sein muss, um zu verstehen, dass die mehrfach siebenstellig irgendwie verdienen in einem guten Jahr, vermutlich eher achtstellig. Und ich habe mich, ich weiß noch genau, ich habe mich auf mein Bett gesetzt und wollte meinen Laptop aufklappen. Und ich habe den, glaube ich, einmal so für ein paar Sekunden, habe ich einfach nur drauf geguckt und bin einfach so eingeschlafen. Wie schafft man es, schon während des Bachelors Praktika bei Unternehmen wie BCG, Roland Berger oder Triton Partners zu machen und direkt nach dem Studium ein Unternehmen zu gründen, was wenige Jahre später Millionen Umsätze erwirtschaftet und 15 Mitarbeiter beschäftigt? Darüber spreche ich in der heutigen Folge des Karriere Insider Podcast mit Jonas Steg, meinem Mitgründer hier bei Pumpkin Careers. Viele von euch werden Jonas noch gar nicht so richtig kennen, denn Jonas hält sich im Gegensatz zu mir eher so ein bisschen hinter den Kulissen hier bei uns bei Pumpkin Careers auf und ist sozusagen die graue Eminenz im Hintergrund, die das Unternehmen steuert. Das heißt, Jonas hat einen sehr, sehr großen Anteil dabei gehabt, dieses Unternehmen aufzubauen, hochzuziehen, die ganzen Prozesse zu etablieren und übernimmt auch den größten Teil der Geschäftsführertätigkeiten hier bei uns bei Pumpkin Careers. Das heißt, er hat nicht nur während seines Studiums sehr starke Erfolge erzielt, die viele von euch vermutlich ebenfalls so erzielen wollen, sondern er hat darüber hinaus noch etwas geschafft, was noch viel weniger junge Leute schaffen und zwar ein erfolgreiches Startup zu gründen und auch zu skalieren. Das heißt, für all diejenigen von euch, die Interesse haben an der Karriere im Investmentbanking, im Private Equity oder in der Strategieberatung oder für all diejenigen von euch, die sich vorstellen können, nach dem Studium oder im späteren Verlauf der Karriere mal ein eigenes Unternehmen zu gründen, ist diese Folge super spannend. Jonas gibt sehr, sehr viele wertvolle Insights, die man so noch nicht auf YouTube gehört hat, auch noch nicht von mir. Von dem her empfehle ich euch unbedingt hier bis zum Ende mit dabei zu bleiben. Viel Spaß mit dieser Folge des Karriere-Insider-Podcasts. Wie immer findet ihr das Ganze auf YouTube, Spotify und Apple Podcast. Die Timestamps findet ihr unten in der Beschreibung und jetzt viel Spaß. Jonas, schön, dass wir mal wieder hier auf dem Kanal zusammen sprechen können. Das ist meine Ehre, Leute. Ich würde sagen, wir legen bei dir mal los, kurz vorm Studienbeginn vielleicht. Also wir beide hatten uns ja kennengelernt in Frankfurt an der Goethe-Uni. Wirtschaftswissenschaften, war das für dich schon immer Plan A oder wolltest du früher mal irgendwie Arzt werden, Anwalt, Astronaut, irgendwas in die Richtung? Nee, sowas irgendwie nie. Also ich habe das auch im Fußballspielen, das habe ich schon relativ früh abgelegt. Ich hatte dann so eine Phase, da wollte ich so Architekt, Ingenieur oder sowas werden. Dann eher so in die naturwissenschaftliche Richtung relativ lang. Habe lange überlegt, ob ich irgendwie Mathe studieren soll. Wusste das aber damals nicht so, was man damit machen kann. Also man denkt ja irgendwie, okay, ich studiere jetzt Mathe, aber was bringt mir das? Also wer will denn irgendwie einen Mathematiker großartig einstellen? Weil das halt dann, auf der damaligen Brille dachte ich, das ist ja voll theoretisch und so weiter und so fort. Und dementsprechend wollte ich schon immer eigentlich eher so in diese wirtschaftliche Richtung, wollte irgendwie auch was erreichen, aber wusste jetzt nicht genau, in welchem Bereich. Und da hat sich dann BWL irgendwie so angeboten. Damals sehr zum, also meine Mathelehrerin war davon jetzt nicht so begeistert und so weiter, aber hat dann, habe ich dann trotzdem noch wünscht. Und Goethe-Uni, warum? Ich hatte damals mich schon so ein bisschen damit auseinandergesetzt, was dann irgendwie potenziell gute Unis wären. Da war das alles noch ein bisschen widersprüchlicher zu der Zeit, was man so gefunden hat. Am Ende wollte ich eigentlich die ganze Zeit nach Mannheim, also für so ein Jahr oder sowas war das dann für mich klar. Hatte mich dann damals beworben, ich hatte ein 1,4er Abitur, aber man konnte das halt nicht so richtig absehen, wie wahrscheinlich das ist, dass man dann eine Zusage bekommt, weil die hatten ja damals auch schon so eine Rechnung und so weiter und so fort. Und hatte mich dann noch als Backup bei der Goethe beworben, weil München war mir zu teuer als Stadt. Ich komme aus dem Kölner Raum, wollte da so ein bisschen weg. Münster war nicht ganz so mein Vibe irgendwie zu der Zeit. Und deswegen hatte ich gedacht, Frankfurt als Backup. Und dann hat sich Frankfurt einfach total früh gemeldet. Also ich hatte irgendwie zwei, drei Wochen später eine Zusage. Das war irgendwie ganz am Anfang vom Sommer. Damals hatten die noch so ein schnelleres Verfahren für Leute, die glaube ich irgendwie kleiner als ein 1,5er-Stand hatten oder sowas. Und dann saß ich da halt zwei Monate rum und habe so gedacht, okay, ich habe jetzt hier eine Zusage. Ich weiß immer noch nicht, was in Mannheim los ist. Dann habe ich mich irgendwann so ein bisschen dafür entschieden. Fand Frankfurt irgendwie auch eine coole, spannende, spannende Stadt. Hatte so ein bisschen irgendwie die Finanzenrichtung im Hinterkopf. Und ja, dann ist am Ende Frankfurt geworden. Dein erstes richtiges Praktikum damals im Studium war, glaube ich, nach dem dritten Semester im M&A, ne? Ja. Wie bist du da dazu gekommen? Weil ich überlege so ein bisschen bei mir damals im Studium. So, ich glaube, ich habe zum ersten Mal von M&A, glaube ich, noch später irgendwie so richtig mitbekommen. Weißt du noch, wie das bei dir ablief? Jetzt auch nicht mehr genau im Detail, aber ich weiß irgendwie, dass ich irgendwie reingekommen bin ins Studium. Und ich bin damals vor dem Studium ja so zufällig über einen persönlichen Kontakt. Also wir haben so ein, ja bei uns lokal praktisch einen kleinen Tennisverein. Und da habe ich damals auch ein bisschen gespielt. Und ja, da waren dann halt immer mal wieder so Leute, die auch vielleicht ein bisschen beruflich erfolgreicher waren. Aber dafür hatte ich damals jetzt nicht so, ich war jetzt nicht so jemand, der jetzt voll das Spür für ein Netzwerk hat oder so. Sondern mir ging es damals eigentlich vor allem darum, Praktikum vor dem Studium zu machen, um mehr Punkte für Mannheim mitzunehmen. Weil das irgendwie halt noch positiv war. Und dann haben wir irgendwie mit diversen Leuten gesprochen. Dann war es ganz zufällig, dass es irgendwie bei KPMG gelandet ist. Konnte ich damals auch gar nicht einschätzen so großartig. Und dann im Rahmen von dem Studium habe ich mich irgendwie ein bisschen mehr damit beschäftigt und bin so ein bisschen in diese Richtung gestoßen. So M&A, Investment Banking, irgendwie so ein paar Sachen drüber gelesen gehabt. War irgendwie bei so ein paar Workshops und so weiter. Hatte damals auch versucht, nach dem zweiten Semester bei KPMG in dem Bereich was zu machen. Da habe ich mich aber einfach nicht gut vorbereitet gehabt. Damals wusste ich halt gar nicht, was mich da so im Interview erwartet. Weil das eine Interview, das war dann irgendwie ein bisschen simpler für das Praktikum vor dem Studium. Und ja, dann hatte das damals nicht dann funktioniert. Und dann habe ich mich nochmal so ein bisschen umgeschaut. Irgendwie so ein paar M&A-Stellen zusammengesucht gehabt. Ich meine, da setzen wir heute krass an im Coaching bei uns, dass die Leute irgendwie eine Liste zur Verfügung haben und so weiter. Und ich habe damals irgendwie, glaube ich, mit Mühe und Not zehn M&A-Beratungen irgendwie mir zusammengesucht und mich da beworben. Und das hatte dann da geklappt. Das habe ich dann auch ein bisschen ernster genommen, die Interviewvorbereitung. Überblickend hätte man da trotzdem noch einiges besser machen können. Aber es hat dann in dem Moment irgendwie gereicht gehabt. Ich habe mir anscheinend auch ein bisschen überzeugt. Deswegen konnte ich dann auch die Werkstudentenstelle darauf wechseln. Vorher hatte ich immer eine Werkstudentenstelle gemacht. Noch so 16 Stunden in der Woche schon vom Studienstart aus. Und dann war es so ein bisschen so eine natürliche Entwicklung. Und in dem M&A-Praktikum, was waren da so typische Aufgaben von dir? Ja, also das ist, glaube ich, gerade bei der Unternehmensgröße auch durchaus ein bisschen unterschiedlicher. Also es war jetzt, ja, sag ich mal, ein kleines Unternehmen, also keine zehn Mitarbeiter zu der Zeit. Deswegen hatte ich da schon noch die Möglichkeit, auch, ja, gewissere inhaltlichere Themen zu machen. Also am Anfang ist ja immer so, da schaut das Unternehmen irgendwie so ein bisschen, können wir irgendwas mit den Menschen anfangen nach dem Interview? Also so ein, ja, dann Basic-Aufgaben, Unternehmensprofil, wo man auf einer Seite irgendwie, ja, ein Unternehmen vorstellen muss. Das ist was, was man typischerweise sehr viel braucht. Auch viele so Longlisten, wo man irgendwie, ja, dann nach potenziellen, ich glaube, das waren damals potenzielle Käufer, kann man aber auch irgendwie, ja, von der anderen Seite potenziell so ein bisschen machen. Weil, nee, ich glaube, es waren sogar Targets, genau, es waren Targets damals. Irgendwie, das war auch ganz, weil es dann halt auch so kleinere Deals ist, das habe ich mir irgendwie angeschaut, ging es irgendwie um so Waschmaschinen, wie heißt das, Waschsalons. Und da habe ich mir irgendwie angeschaut, welche Waschsalons es in Deutschland gibt. Weil irgendwie, man sollte einen Waschsalon kaufen oder wie? Ja, es gab halt ein großes Unternehmen aus dem Bereich und da ging es darum, hey, wir haben irgendwie ein bisschen, ich glaube, wir haben irgendwie ein bisschen Geld rumliegen, würden das gerne irgendwie besser nutzen und was können wir denn machen. Und das war damals, fand ich alles total spannend, total faszinierend. Gegen Ende hatte ich dann auch noch die Möglichkeit, da gab es irgendwie so eine Person, die hat praktisch ein Büro untervermietet oder untergemietet gehabt, praktisch. Und der hat irgendwie so ein Business aufgebaut und wollte es dann über, ja, verkaufen über die, aber das war jetzt eigentlich von der Größe schon ein bisschen zu klein. Und dann haben die, durfte ich da relativ viel, viel machen. Das war damals echt cool. Da durfte ich auch so ein, ja, die Financial Forecast und so weiter, so ein Financial Model auch bauen und so weiter und so fort. War da, glaube ich, auch schon relativ fit zu der Zeit, auch schon in Excel und so weiter, weil ich hatte ja Informatik-Leistungskurs in der Schule gehabt. Und deswegen konnte ich ja, glaube ich, auch relativ gut darlegen, dass ich das gut machen kann und habe dann immer coolere Aufgaben bekommen. Wie gesagt, danach auch noch die Werkstudentenstelle. Und das hat mir eigentlich, also es hat mir echt Spaß gemacht damals. Okay, und das war damals dann nach dem dritten Semester? Ja. Danach ging es ja für dich dann Richtung Strategy Consulting mit den Praktika. War das ein bewusster Weg oder hast du dich danach einfach auf die nächste Stufe beworben und dann hat es halt Richtung Beratung eher geklappt als Richtung Banking? Ja, also ich hatte mir beides auf dem Schirm. Ich hatte auch damals Interviews, auch zum Beispiel relativ kurz nachdem irgendwie das Praktikum vorbei war bei Rotschild zum Beispiel für ein Praktikum. Da hatte ich echt eine coole Möglichkeit, weil ich damals beim Campus for Finance war. Von der WAU. Von der WAU, genau. Habe da beim Workshop vermutlich nicht die alle schlechtesten Eindruck irgendwie hinterlassen und hatte dann die Möglichkeit, da schon ein Interview zu gehen. Ja, auch da war es halt dann wieder jetzt so von der Vorbereitung, hat das dann halt wieder nicht ausgereicht. Ich wusste einfach nicht, was mich da so erwartet. Es ist auch einfach eine ganz andere Zeit auch gewesen. Also das war, ich meine, da LinkedIn war ja auch noch viel kleiner und so weiter. Also man hatte auch nochmal schwieriger, Kontakte zu knüpfen. Und ich kannte da jetzt auch niemanden. In unserem Freundeskreis war da auch zu dem Zeitpunkt jetzt niemand in Anführungszeichen so weit. Und auf der Goethe damals, also ich weiß nicht, ob wir uns das so ein bisschen so einbilden, aber es ist schon so, dass damals vom Level, die mit uns studiert haben oder ein Jahrgang drüber waren, also dass das jetzt keiner gemacht hat. Also vielleicht irgendwie ein, zwei Leute mal oder sowas, aber ja, mit denen hatte ich dann auch damals nicht unbedingt einen Austausch. Dann stand praktisch so ein bisschen das nächste Praktikum an und ich hatte schon damals so ein bisschen so ein Gefühl dafür, hey, ich möchte irgendwie einen großen Schritt gehen. Ich kann das jetzt, kann das heute viel, viel besser quantifizieren und so weiter und viel besser sagen, was heißt ein großer Schritt und so weiter. Aber schon damals hatte ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, hey, es macht viel Sinn, wenn ich viele Bewerbungen rausschicke an Unternehmen, die potenziell vielleicht so gerade klappen könnten. Das heißt, ich habe mich bei vielen Investmentbanken beworben, die auch einfach ein bisschen größer waren. Das hat dann zu dem Zeitpunkt auch gar nicht funktioniert. Das war aber zu hoch angesetzt dann. Und deswegen hatte die ganzen Themen, die ich so in Richtung strategischere Arbeit gemacht habe, haben besser funktioniert damals. Hatte da irgendwie ja auch nicht super viele Interviews, aber am Ende da war es bei Bertelsmann, was in so einem strategischen Bereich war bei denen. Und das hat dann gut gepasst. Fand ich auch innerlich spannend, fand ich auch rückwirkend. Echt ein cooles Praktikum. War nicht so das Umfeld, wo ich mich unbedingt dann gesehen habe zu dem Zeitpunkt, aber von den Aufgabenstellungen und so weiter war das echt cool. Dann habe ich irgendwie parallel immer versucht, irgendwie mal zu Workshops zu gehen, zu Veranstaltungen zu gehen, so ein paar Einblicke zu bekommen. Für mich wurde dann, also Investmentbank war immer noch so ein bisschen eine Option. Ich habe auch gegen Ende von der Bertelsmann Zeit auch da Interviews geführt gehabt. Aber ich habe schon so ein bisschen gemerkt, dass es für mich einfach von dem, zum einen von der Lernkurve, die ich mitnehmen möchte, weil ich weiß, hey, ich bin so und so und ich glaube, dass ich in der Unternehmensberatung noch mal mehr mitnehmen kann durch den ganzen Kundenkontakt und so weiter, den man hat. Das ist was, wo ich gesagt habe, hey, da kann ich einfach noch mal mehr lernen, weil das definitiv was ist, wo ich zu dem Zeitpunkt tendenziell ja eher auf jeden Fall noch mal eine deutsch introvertiertere Person war und sich da auch nicht so einfach mitgetan oder mich damit nicht so einfach getan habe. Und ich glaube, da hätte ich mehr lernen können, so also ein bisschen raus aus der Comfortzone. Und ich habe auch gemerkt, so von den Persönlichkeiten war das was, was mir persönlich einfach ein bisschen mehr gelegen hat. Ich habe einige Freunde heute, die irgendwie ein paar Jahre im Investmentbanking gearbeitet haben. Die meisten machen das dann heute nicht mehr. So mit denen verstehe ich mich auch super, aber so in der Breite hatte ich oft immer den Eindruck, dass ich irgendwie mit den Strategieberatenden besser klargekommen bin. Und letztendlich glaube ich, dass das dann auch noch mal wichtiger ist, weil inhaltlich, klar, da macht man im M&A was sehr Spezifisches. Wenn man aber diese Interessen hat, so Unternehmen genau zu verstehen, auch auf einer Zahlen-Ebene und so weiter, dann gibt es praktisch auch Positionen innerhalb von der Beratung, wo man irgendwie ähnliche Einblicke, ähnliche Learnings potenziell mitnehmen kann. Und ja, das war dann so ein bisschen der Grund. Mir war irgendwie langfristig sowieso, also mein langfristiges Ziel war immer irgendwie, in so eine investierendere Rolle zu kommen. Und da kann man ja potenziell beide Wege gehen. Und das war dir auch schon bewusst? Ja, das war mir wirklich schon auch, also ich hatte irgendwann Ende des Abiturs so angefangen, ja, so Bücher zu lesen in Richtung der ganzen Investmentphilosophie von Warren Buffett. Das nennt sich ja dann irgendwie Value Investing. Und da geht es darum, halt sehr stark den Wert eines Unternehmens herauszufinden. Dafür muss man Unternehmen relativ gut verstehen. Also es gibt ja verschiedenste andere Investitionsphilosophien, wo man irgendwie jetzt auch gar nicht mal das Unternehmen so gut verstehen muss, sondern wo es um andere Faktoren geht. Aber da geht es wirklich sehr stark darum, hey, wir müssen den Unternehmenswert bestimmen und wenn der praktisch einfach geringer ist als der aktuelle Aktienkurs, dann würden wir da jetzt rein investieren. Und da habe ich mich super viel mit auseinandergesetzt. Andersrum, ne? Wenn der Unternehmenswert höher ist als der Aktienkurs, würden wir rein investieren, oder? Ja, genau, ja, sorry. Sehr wichtiger Punkt. Und deswegen, ich wollte in so eine Rolle. Und da kann man jetzt natürlich irgendwie in die USA schielen und darauf hoffen, dass es irgendwie, dass man einen Value Investing Fund findet, der da irgendwie einen nimmt. Das ist aber natürlich dann schon ein hartes Appelbattle. Und ich habe mir dann so ein bisschen angeschaut in Europa, die wahrscheinlich, also da gibt es auch nicht viele Funds. Und ich fand auch gerade so das ganz Aktivistische spannend, wo praktisch die Leute nicht nur darauf warten, dass der Wert sich so wieder normalisiert, sondern auch aktiv da reingehen und aktive Änderungen vorschlagen und so weiter und so fort. So Bill Eggman fand ich eine total spannende Figur. Auch so Karl Icon und so weiter und so fort. Also da gibt es so ein paar große Namen in dem Bereich. Und die sind aber alle nicht in Europa. Und wenn sie in Europa sind, dann sind es halt relativ kleine Player, wo auch da irgendwie maximal zehn Leute, also Bill Eggman als einer der großen Namen in dem Bereich, der hat, glaube ich, sechs Mitarbeiter. Also die Wahrscheinlichkeit ist halt nicht so krass hoch, dass man da irgendwie reinkommt. Obwohl ich mir immer viel zugetraut habe, war selbst das für mich auf jeden Fall ein bisschen zu extrem. Und deswegen ist halt dann so das Next Gelegene, ist halt Profit Equity. Auch da hat man eine aktivistischere Position. Der Unterschied ist halt, dass man halt sehr viel mehr Anteile übernimmt von dem Unternehmen. Und das fand ich dann faszinierend. Und da wollte ich dann praktisch kurz durchsich hin und wollte dann gucken, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, die sich vielleicht auftun in Richtung von so einem Hedge Fund oder sowas in die Richtung. Und genau, da ist es natürlich so, dass zu den ganz, ganz großen Top-Playern, dass das in Westernbanken schon der typischere Weg ist. Aber das war auch nicht zwangsläufig dann das, wo ich mich gesehen habe, weil man da auch einfach nochmal eine andere Rolle hat und wollte so, ja, zum Mid-Market, Mid-Market bis so Large, irgendwo dazwischen gerne hin. Und da ist eigentlich typischerweise, dass man von der Beratung da jetzt auch keinen schlechteren Weg hat. Und dann habe ich halt die beiden Gründe gesehen, die dann für mich stark dafür besprochen. Okay, und dann nach Bertelsmann waren dann die nächsten Bahnstationen Roland Berger und BCG, was dann schon ein ziemlich starker Zug zum Tor war, während des Bachelors auch noch. Wie verliefen da die Bewerbungsprozesse? Hat das alles so gut geklappt, wie man jetzt denkt, wenn man sich so den Lebenslauf anschaut? Oder hattest du bei McKinsey auch eine Absage bekommen beispielsweise? Also, wie verlief das? Was waren da so die Höhen und Tiefen? Ja, also, ich meine, ich hatte ja jetzt schon so ein bisschen das auch angedeutet. Ich hatte irgendwie immer wieder Themen, wo ich gemerkt habe, rückblickend, hey, das hätte besser laufen können. Das hat angefangen mit der Studienwahl, wo ich irgendwie gemerkt habe, jetzt mit so ein bisschen Abstand, und ich hätte locker auch irgendwie dann einfach Mathe, was mein anderer Leistungskurs war, oder Informatik studieren. In NRW hatte man praktisch nur zwei Leistungskurse. Einer der beiden Sachen irgendwie zu studieren oder jetzt heutzutage sowas wie TUM-BWL, das wären schon Sachen, die hätten vermutlich nochmal besser zu mir gepasst. Dann irgendwie mit dem ersten Interview, dass man da irgendwie merkt, so, hey, da war man nicht gut vorbereitet. Auch die Uni-Wahl, heutzutage hätte ich vermutlich auch herausfinden können, dass ich sehr wahrscheinlich in Mannheim auch einfach genommen worden wäre, dann wäre das ein bisschen entspannter gewesen, was die Planung angeht und so. Dann hatte ich das Rothschild-Interview, was ich dann voll in den Sand gesetzt habe. Aber zu dem Moment habe ich halt das dann auch verstanden. Also das war damals, dieses Rothschild-Interview, das war so außergewöhnlich zu dem Moment, dass ich habe das als so krasse Chance wahrgenommen. Und das hat dann schon relativ wehgetan, als ich gemerkt habe, dass das vermeidbar nicht funktioniert hat. Und ich bin dann jemand, der, wenn er diesen Schmerz hat, schon sehr stark darauf fokussiert ist, dass das nicht nochmal vorkommt. So, also ab dem Moment habe ich mich echt, also ich habe mich vorher teilweise reingehangen, aber ab dem Moment habe ich mich echt sehr krass reingehangen in die ganzen Interviewprozesse. Und für das Praktikum bei Roland Berger, für den Zeitraum, waren die die einzigen, die mich eingeladen haben. Dementsprechend hatte ich ein Interview. Habe lange überlegt, soll ich mich noch vielleicht irgendwo anders bewerben? Aber dann letztendlich dagegen entschieden, habe gesagt, ich fokussiere mich voll darauf, habe mich wirklich auch zwei, drei Monate während diesem Praktikum bei Bertelsmann immer wieder abends hingesetzt, wirklich nochmal zwei, drei Stunden Case-Interviews gemacht. Da gibt es auch die lustige Geschichte, dass ich das damals mit dem Niklas, dem Niklas, der ja dann irgendwie auch ein paar Themen bei uns ganz am Anfang mitgemacht hat, heute bei einem sehr guten PI in Deutschland arbeitet. Und dass ich zum Beispiel mit dem damals dann auch Cases geübt hatte, weil jetzt nicht so viel üben, sondern ich habe ihm das eher erklärt zu dem Moment. Und da habe ich mich wirklich, wirklich reingehangen, auch was das Thema Personal Fit angeht, einfach weil ich das nicht nochmal haben wollte, dass ich diese eine Möglichkeit, die praktisch bei Rothschild dann vorlag damals, in dem Moment, dass ich die dann verhaue. Genau, das heißt, da habe ich mich voll darauf fokussiert, war auch bei Roland Berger. Das war dann zum damaligen Zeitpunkt bei drei Interviews an einem Tag. Ein Personal Fit, zwei Case, ich glaube, ich war mit so acht anderen Leuten da, und so am Tag vorher angereist und hatte dann praktisch am Tag danach, ja, diesen Interviewprozess. Und ich bin mir, also bin mir relativ sicher, ja, ich war die einzige Person, die an dem Tag eine Zusage dann, von acht Leuten, war ich die einzige Person, die eine Zusage bekommen hat. Das hat sich alles ein bisschen verloren, weil man praktisch, ja, man hat irgendwie, gemeinsam Mittag gegessen und so weiter und so fort, und dann wurden halt alle einzelne Reihen von einer anderen Person Feedback bekommen, alle gleichzeitig. Und das positive Feedback hat halt länger gedauert, weil es noch ein paar Themen zu klären gab, in Richtung Vertrag und so weiter und so fort. Deswegen stand ich dann vor dem Büro und wusste nicht so richtig, was eigentlich bei den anderen los ist, weil man lernt sich ja schon auch so ein bisschen kennen, so ein bisschen Leidensgenossen, sage ich mal, in dem Moment. Dann hatte ich aber irgendwie noch einen am Flughafen getroffen und, ja, man war dann irgendwie auch so auf LinkedIn connected. Ja, das war auch immer, ja, hat man auch immer ein paar Leute, ganz coole Leute eigentlich so kennen. War das dann auch so zum ersten Mal, wo du dir gedacht hast, so, okay, da hast du scheinbar was besser gemacht als andere? Ja, jetzt in dem ganz spezifischen Fall, es gab schon vorher so, wo ich jetzt in der Meinung hatte, dass es irgendwie was besser gemacht hat, so, aber jetzt für das Thema, wo wir heute jetzt auch zusammenarbeiten oder mit den Leuten zusammenarbeiten, war das mit Sicherheit ein Punkt, wo ich das geschafft habe, auch generell auch schon die Einladung bekommen zu haben, sage ich mal, auch so ein bisschen Mut gehabt zu haben, zu dem Moment auch die, ja, sich das tut zu trauen, wo ich ja dann auch zumindest nach allem, was ich damals mitbekommen habe, eigentlich auch so in unserem Jahrgang eigentlich so die erste Person war, die auf dem Level irgendwie Interviews durchgeführt hatte und auch danach auch ein Praktikum absolviert hat. Und dass diese beiden Themen, also dieses Thema Karriereplanung, okay, es macht Sinn, wie ich da vorgehe und dann das Thema, dann auch die Interviews mit dem Level anzugehen, das waren zwei Themen, wo ich mir gedacht habe, hey, da habe ich was verstanden, was andere leider teilweise zu dem Moment dann nicht verstanden hatten, weil da gab es dann irgendwie auch teilweise, ich weiß es gar nicht mehr, keiner kriegt die ganze Interviewprozesse auch nicht vollkommen auseinander, aber da gab es teilweise auch mal so ein Dinder am Abend davor oder sowas, ich glaube, das war bei Bane dann später und da habe ich schon so gemerkt, okay, da gab es ein paar Leute, die waren jetzt nicht so vorbereitet, wie man das vorbereitet sein sollte, so, weil die Unternehmen sagen natürlich immer, okay, an dem Tag, wir können theoretisch alle nehmen, machen sie aber typischerweise meistens nicht und es ist natürlich dann so, man wird immer irgendwo gegenseitig verglichen, so, da kann der Mensch ja auch gar nichts gegen tun, also gibt es ja auch krasse Studien dann zu, also das ist ja dann immer eine relative Bewertung und keine absolute, so, egal wie trainiert man da irgendwie drauf ist, so und ja, da hatte ich dann, also habe ich mich jetzt, war in dem Kontext, muss ich sagen, war ich da jetzt auch nicht so traurig dann drüber, weil ich das so dann schon wusste, okay, wenn ich jetzt, wenn die Person zuerst den Case macht und danach mache ich den, ich werde das vermutlich besser, ähm, besser hinkommen, einfach, weil ich halt sehr, sehr viel mehr Zeit investiert habe, so, dann gab es halt Leute, die haben halt, als ich gefragt habe, wie viele Cases haben die vorher gemacht, dann haben die gesagt, zehn und ich dachte mir so, okay, ich habe halt das zehn vorher gemacht, ich habe nicht ein bisschen mehr gemacht als du, sondern ich habe halt wirklich zehnmal, mindestens zehnmal so viele Cases, äh, gemacht, so, das war auch, also, das brauchte man auch, also, heute kann ich, kann ich es schaffen mit einer Person, dass sie irgendwie, oder wir können es schaffen, ähm, dass sie jetzt mit 20, 25 gut vorbereitet ist, so, aber das hatte ich damals nicht, sondern ich habe das halt alles, äh, alles dann mir selbst angeeignet und hab dann im Zweifel ein bisschen zu viel, äh, gemacht als, als zu wenig, deswegen, ja, später war das dann auch so, ne, bei, bei, ähm, bei, ähm, Bain und BCG, glaube ich, gab es auch ähnliche Zusagen. Also, du hattest danach bei Interviews bei Bain und BCG, oder? Genau, die waren dann nach dem Auslandssemester, praktisch, das stand zu dem Zeitpunkt praktisch fest, ähm, dass ich, äh, dann nach dem Auslandssemester jetzt Roland-Berger-Praktikum mache, und ich hatte mich bei, äh, zu dem Zeitpunkt auch schon bei, bei den beiden auch zum Beispiel beworben gehabt, die haben mal gesagt, also, ich hoffe, das haben wir mittlerweile mal geändert, aber die haben zu mir gesagt, hey, es muss ein Teil des Auslandssemesters absolviert sein. Mhm. Und ich hab dann so gefragt, okay, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie zurückfliegen würde im Auslandssemester, das wäre dann, dann haben die gesagt, ja, das wäre, das wäre in Ordnung. Mhm. Aber wenn, aber wir können das nicht vorher machen. Mhm, okay. Ja, keine Ahnung, ich hoffe, das haben die ein bisschen geändert, weil das war, finde ich, ein bisschen albern damals. So Südafrika, wo ich mein Auslandssemester gemacht habe, ist jetzt auch nicht gerade um die Ecke, dementsprechend bin ich jetzt nicht zurückgeflogen. Ähm, und, genau, die hatte ich dann praktisch danach, äh, danach absolviert, hab damals keine Einladung von McKinsey bekommen, ähm, sonst hätte ich das Interview natürlich auch gemacht, ähm, aber, ähm, ja, die haben damals gesagt, äh, das passt uns alles, aber praktisch das von Roland Berger, das sollte irgendwie noch absolviert sein. Und dann gab's halt nie mehr einen Moment, wo das jetzt für mich noch Sinn gemacht hat, also dementsprechend war ich dann nie bei McKinsey im Interviewprozess. Ähm, ja, aber hab dann immer nicht viele Interviews benötigt, also auch für das Praktikum danach, ähm, wo ich ja dann, dann noch das Stil haben, dann auch im PI zu arbeiten. Ja. Und, ähm, da hatte ich auch nur ein Interview, ähm, oder ein Interviewprozess, so, nicht ein Interview, sondern es waren dann schon... Beitritt und Daten, was war das? Genau, es waren dann schon diese drei, vier Interviews dann, aber es war nur ein Interviewprozess. Da hab ich dann auch wieder alles auf eine, auf eine Karte, auf eine Karte gesetzt. Ähm, das hat dann auch irgendwie, äh, funktioniert, ähm, so, also irgendwie scheint das alles nicht so schlecht gewesen zu sein, was ich da, äh, gemacht hab. Ähm, würde jetzt tendenziell einer Person schon empfehlen, paar mehr Bewerbungen, also paar mehr Interviews sich auch zu sichern. Ähm, aber das waren immer total kompetitive Interviewprozesse, wo, ja, immer klar war, okay, es kommen, es werden schon nicht viele eingeladen zum Interviewprozess, so, und selbst die, die eingeladen werden, davon kommen halt vielleicht irgendwas zwischen 10 und 20 Prozent typischerweise durch. Auf was für Leute bist du denn damals so in den Praktika gestoßen? Also, was waren so andere Praktikanten? Ja, also... Vor allem jetzt vielleicht bei BCG und bei Triton? Ja, also, man, ja, genau, also man hat dann schon relativ schnell, ehrlicherweise, gemerkt, so, gewisse Hochschulen sind einfach mit einer höheren Wahrscheinlichkeit vertreten. Das haben wir dann auch später mit Reports und so weiter alles, alles irgendwie nachgewiesen, auch wenn das irgendwie viele gerne immer noch anzweifeln. Ich finde es immer weird, wenn Leute versuchen mit Statistik, äh, also mit Fakten, gegen Fakten zu argumentieren. Das ist irgendwie nicht so was, was mir so nahe liegt, ähm, aber es sind sehr, sehr klare Fakten, so, und dann, ähm, keine Ahnung, da merkt man halt auch so gleichzeitig so die Leute, also sie ist halt dann viel so WAU, FS und so weiter und so fort, ähm, und, äh, oder das ist dann typischerweise so das Bild, was dann, da ist selbst die Goethe typischerweise fast raus, rausgefallen, äh, so, weil du typischerweise schon andere Unis in einer sehr viel höheren Frequenz gesehen hast. Und du hast halt aber auch krass gemerkt, so die Leute, die hatten auch oft halt einfach viel bessere Einblicke, was sie da so erwartet. Mhm. Die kannten dann schon mal Leute, hatten sich irgendwie mit Leuten ausgetauscht, die da schon mal ein Praktikum absolviert haben, und die hatten einfach einen anderen, ja, einen anderen Wissensstand, was von ihnen auch erwartet wird und so weiter und so fort. Und ich bin da halt, also, ja, also, ich komme jetzt irgendwie aus einem, sagen wir so, ja, sehr gewöhnlichen Elternhaus irgendwie, ähm, da war jetzt keinerlei Berührungspunkte da, ne, als ich erzählt habe, ich mache bei BCG ein Praktikum oder ein Private Equity, ähm, so, also, so sehr sich meine Eltern für mich gefreut haben, hatten sie aber auch, hat man ihnen auch stark angemeldet, dass sie keine Ahnung hatten, was das jetzt zu bedeuten hat, in dem ganzen Kontext. Äh, und genauso hatte ich irgendwie dann, wie gesagt, da ich beim Studium ja dann auch in unserem Freundesgrenzen so weiter tendenziell immer die erste Person war, die dann solche Erfahrungen irgendwie gemacht hat, hatte ich da halt oft, oft gar keine Ahnung. Ich habe immer gemerkt, da ist halt voll der Unterschied zu Leuten, ähm, die da irgendwie sehr viel mehr Kontakte hatten, irgendwie schon mit Leuten, und habe irgendwie dann immer gemerkt, dass dieses Thema Netzwerk, das ist schon, ähm, das ist schon was, was enormen Unterschied, äh, macht, so, und selbst wenn es das dann nicht zum Berufseinstieg macht, so, also, ich meine, ich habe das ja dann auch irgendwie alles so geschafft, dann macht es das irgendwann hinten raus, äh, brutal, weil wenn man dann mal mitbekommt, wie irgendwie dann, äh, Deals abgeschlossen, äh, werden, ähm, wenn man mal bei, bei so einem Private Equity Fund in so einem, ähm, Deal Meeting sitzt, jede Woche, und dann sich die, ja, die, die leitenden Personen da irgendwie austauschen darüber, was gerade der Stand ist, dann merkt man das sehr schnell, dass da ständig irgendwas reingeworfen wird, aller, aber du kennst dann noch die Person, und der, 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 und dann ist das so ein, da werden halt ständig irgendwie Namen reingeworfen von den, von den Leuten, so, du merkst einfach, okay, das ist ein, das ist offensichtlich ein sehr relevantes Thema ab einem gewissen Punkt, und natürlich kann man sich das alles während dem Job aufbauen, aber tendenziell hat man da jetzt auch nicht total viel Zeit, und man hat halt da schon während der Praktika gemerkt, da gibt es einfach Leute, die können, konnten sich das während dem Studium viel einfacher, viel besser aufbauen, das ist auch teilweise mit Sicherheit eine Persönlichkeits, äh, Frage, aber es ist auch einfach eine Frage des eigenen Umfeldes, so ist es einfach signifikant einfacher, an so einer Privatuni, äh, dann irgendwie das, das zu machen, ähm, als halt einer staatlichen, äh, Universität, wo man irgendwie mit 500 anderen dann das Studium beginnt. Was waren so allgemein so die krassesten Erfahrungen oder Begegnungen während dem Praktika? Also hast du da auch irgendwo mal irgendwelche Vorstände dann gesehen, oder mit Leuten im Private Equity gesprochen, von denen du wusstest, okay, die verdienen jetzt auf jeden Fall ein gutes siebenstelliges Gehalt, was, was waren da so Leute, die man da so getroffen hat? Ja, also jetzt, ich muss sagen, das fand ich im Private Equity damals noch mal, noch mal krasser, ähm, weil während meiner, ja, Praktika bei den Beratungen hatte ich eigentlich jetzt, also relativ, ja, eher so Projekte, die waren jetzt nicht bei, bei riesigen Unternehmen und so weiter und so fort, ähm, ich muss sagen, die, die Vorstände auf dem Level, die das dann betreut haben, fand ich jetzt nicht, nicht so krass, das hört sich jetzt irgendwie auch ein bisschen falsch an, aber das war jetzt nicht so, dass mich das jetzt voll umgehauen hat, wenn man sich mit denen unterhalten hat, aber bei, gerade bei, bei Triton, ähm, da gab's einige Leute, also, ich muss sagen, ich fand's auch oft beeindruckend, praktisch die Leute auf demselben Level, also andere Leute, die zum Beispiel das Praktikum absolviert haben oder die ein paar wenige Jahre dabei, äh, gearbeitet hatten bei den Beratungen, fand ich oft nochmal irgendwie spannender, weil, ähm, ja, es ist ja dann schon auch oft so, dass gewisse Leute dann irgendwann nicht mehr bei Beratungen arbeiten, so, äh, die Leute, die zu einem PI gehen, sind tendenziell schon nochmal die, die dann nochmal kompetitiver, äh, sind oder die Leute sich dann irgendwann entscheiden zu gründen oder sowas, das sind ja schon nochmal Leute, äh, die tendenziell auch die Möglichkeit haben, Partner zu werden oder sowas, auch bei einer Unternehmensberatung, die sich aber dann nochmal für einen, ja, nochmal ambitionierteren Weg irgendwie entscheiden, und da waren echt einige dabei, was ich total faszinierend fand, was die einfach vorhatten, es war einfach cool zu sehen, ey, ich hab hier echt Ziele, ich möchte was erreichen, äh, und ich spreche auch darüber, so ein bisschen, ne, und dieser Austausch, den fand ich echt immer, immer cool, ja, bei, bei Triton gibt's dann natürlich Leute, ähm, die irgendwie den, den Bereich, äh, leiten, das deutsche Geschäft leiten oder sowas in die Richtung, wo man jetzt nicht total tief drin sein muss, um zu verstehen, dass die mehrfach siebenstellig, äh, irgendwie, äh, verdienen in einem guten Jahr vermutlich eher achtstellig, ähm, weil sie einfach auch in der Gesamtorganisation des, des Unternehmens einfach so aufgehangen sind, das Gehalt ist ja dann auch nicht, also mir, so, also das reine Gehalt wird jetzt nicht, nicht achtstellig sein oder sowas, aber was sie dann teilweise mitnehmen, und man kriegt das ja dann auch mit, dann gibt's die legendären Deals, die gemacht wurden, äh, wo man irgendwie mitbekommt, ähm, dass, ja, ja, dass, dass man es geschafft hat, praktisch das Unternehmen für, äh, das 20-fache, 25-fache oder sowas zu verkaufen, äh, was man das ein paar Jahre vorher gekauft hat, so, und da die ja alle dann auch Geld da drin haben, selbst investieren, Carry bekommen und so weiter und so fort, versteht man das relativ schnell, dass diese, dass es da einige Leute gibt, ähm, ähm, die auf jeden Fall, ja, sehr, sehr gut aufgestellt sind, und das hat man aber auch einfach gemerkt, also man hat einfach gemerkt, dass diese, dass die einfach unglaublich fit waren, die, die Leute, also auf unterschiedliche Art und Weise, es gab manche, die waren dann, du hast gemerkt, die sind analytisch einfach total krass, und dann gibt's nochmal andere, die sind vielleicht auch einfach so ein bisschen, ja, nochmal, ja, durchfuchster so ein bisschen, so, ähm, dann gibt's andere, du hast gemerkt, die, die können einfach voll gut mit, mit anderen Leuten und so weiter und so fort, und ich meine, die sind ja, das sind ja dann wirklich Personen, die sind auf dem Level aller, was ein, was ein, ja, so ein, jetzt nicht ein Messi im Fußball ist oder sowas, da gibt's vielleicht dann nochmal ein, zwei, die nochmal krass unterwegs sind, aber die wirklich so ein Weltklasse-Level haben, so, und, ähm, das realisiert man vielleicht auch manchmal nur mit so ein bisschen Abstand, aber man trifft ja da de facto auf Leute, die zu den 0,001% oder sowas gehören in dem, was sie machen, so, also, die gehören ja wirklich, wenn man jetzt auch, auch sich anschaut, okay, wie viel, wie viel verdienen die und so weiter und so fort, dann ist das ja wirklich absolutes, absolutes Top-Level, so, da kannst du in Deutschland vermutlich irgendwie einen Raum mit 100, 200 Leuten füllen, die ähnlich gut unterwegs sind, wenn überhaupt, so, und das, ähm, das ist natürlich dann auch einfach beeindruckend, ähm, und die Leute sind da nicht umsonst, so, sondern die, das, das merkt man dann auch einfach, dass die da einfach, einfach fast gut sind in dem, was sie machen. Und ist man dann auch wirklich, sag ich mal, auf einer persönlichen Ebene mit solchen Leuten dann auch unterwegs oder ist das dann schon, zumindest als Praktikant noch rein Professional? Es kommt drauf an, ne, also, es gibt auch da, wie gesagt, das hatte ich jetzt so ein paar Mal durchklingen lassen, ähm, einfach Leute, die auch nochmal fitter sind, was so, auch da, das ist ja was, das, das, das lernt man jetzt auch nicht gerade an der öffentlichen Uni, aber ich hatte auch nochmal tendenziell von meiner Persönlichkeit auch, sag ich mal, eine schwierige Ausgangssituation in dem Kontext, und es gibt dann natürlich einfach nochmal die, auch die, in Anführungszeichen, also, das ist jetzt positiv gemeint, so Menschenfänger unter den Praktikanten, so, die kriegen das dann vielleicht auch noch, auch noch hin. Typischerweise hat man da praktisch auch, äh, auch Mentoren, das sind jetzt nicht die, nicht die Deutschlands-Heads oder sowas, sondern praktisch, praktisch Leute, die ein bisschen, ein bisschen weiter, ähm, sind, ähm, ja, mit denen, mit den Leuten hatte ich auch super viel Austausch, das geht man dann eh auch einfach Mittagessen oder sowas, das ist total entspannt, äh, mit den Leuten auf dem, auf dem Top-Level, ähm, das hat man dann eher so in, so in Meetings, äh, mitbekommen, oder mal kurz auf dem Flur, oder sowas in die Richtung, ähm, ähm, aber das ist jetzt, äh, ja, war da jetzt kein, kein krass intensiver Austausch, aber, sag ich mal, die Momente, die man hatte, die haben schon ausgereicht, um, äh, um das zu realisieren, so. Also ich weiß noch sehr genau, also in dieser Phase warst du auf jeden Fall von unserem Freundeskreis mit Abstand der härteste Hustler, da weiß ich noch, wie du so dann so meintest, ja, jetzt gerade, ist eigentlich voll entspannt, ich mache hier immer um 12 Uhr Feierabend oder so, ich glaube, ich habe, ich habe eher so 10 gesagt zu der Zeit, aber. Ja, auf jeden Fall haben so der Dominik und ich haben uns so gedacht, so what the fuck is going on, Ja, also es, ja klar, also es waren natürlich die. Über was für einen Zeitraum waren so diese Praktika, weil das war auch irgendwie back to back, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, ich habe damals, äh, mein Bachelorstudium praktisch einfach ein bisschen, ein bisschen verlängert, äh, gehabt, habe mein Auslandssemester auch ein bisschen anders positioniert und praktisch, als ich aus dem Auslandssemester, ähm, zurückkam, habe ich, ähm, ja, drei Praktika am Stück dann, also irgendwie. Also irgendwie acht, neun Monate. Ja, genau, also in der, in der Range. Und, ja, also gerade, ähm, also in den Beratungspraktika hatte ich schon sehr intensive, intensive Zeiten. Ähm, ähm. Ähm, ja, wirklich am Donnerstag mit dem Zug nach Hause gefahren ist, da so ein typischer Beraterleben so ein bisschen. Und ich habe mich, ich weiß noch genau, ich habe mich auf den, auf, auf mein Bett gesetzt und wollte meinen Laptop aufklappen. Und ich habe den, glaube ich, einmal so für ein paar Sekunden, habe ich einfach nur drauf geguckt und bin einfach so. Umgegibt. Ja, jetzt nicht umgegibt, sondern einfach eingeschlafen. So, und, ähm, das mache ich jetzt nicht, wenn ich irgendwie sechs Stunden regelmäßig schlafe. So, ähm, und ich bin jetzt auch kein Fan davon, das total so zu glorifizieren oder sowas. Ähm, so, äh, ich finde das auch nicht, also ich finde die Erfahrung ist schon cool. Äh, irgendwo auf irgendeiner, auf irgendeiner Ebene, weil man irgendwie halt Vollgas gegeben hat, so. Ähm, aber ich bin jetzt auch kein Fan davon, dass das jetzt irgendwie der Standard, Standardmodus, Modus sein, sein sollte. Und was ich damals halt bei, bei Triton noch viel cooler fand, ist halt, dass ich einfach so den Eindruck hatte, dass es nochmal, war für mich persönlich, mag auch an Teamzusammenstellungen und so weiter liegen. Und das ist jetzt mittlerweile natürlich auch schon eine Weile her und so weiter. Da kommt es wirklich auf an, was man macht. Mhm. So, es gab da halt nicht so dieses Ding, ähm, hey, wir müssen jetzt ganz streng auch zum Beispiel alle Fußnot nochmal checken und so weiter, weil man halt die meisten Sachen eh intern produziert und so weiter. Und dann geht es halt nicht darum, dass ich mich abends unbedingt nochmal hinsetze und wirklich diese PowerPoint-Slide perfekt alleine und so weiter und so fort, was man auf jeden Fall nicht verneinen sollte, was ja auch ein wichtiger Teil des Ganzen irgendwie, irgendwie ist. Aber das wird halt mit einem Perfektionismus einfach gemacht, der auch benötigt wird, weil man halt eine Dienstleistung abliefert. Aber sobald man halt der Empfänger der Dienstleistung ist, was man als PI in so einem Kontext typischerweise ist, nimmt das halt, also typischerweise ist auch nicht bei allen PIs so, aber zumindest bei Triton war es damals nachhaltig so, nimmt das diesen, so einen gewissen Druck raus. Und mir hat das einfach total viel Spaß gemacht, wirklich mich wirklich auf die inhaltlichen Themen nochmal zu fokussieren. Und dann, wenn ich halt irgendwie um zehn da gut Arbeit gemacht habe, dann hat das halt auch keinen interessiert, ob ich jetzt noch da war oder nicht, sondern es hat die Leute interessiert, bin ich gut vorangekommen, habe ich das gemacht, was ich gesagt habe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal schneller war oder so, dann bin ich jetzt bestimmt nicht um 17, 18 Uhr gegangen oder sowas, typischerweise, wenn noch irgendwas anderes zu tun war. Aber ich hatte halt einfach den Eindruck, dass am Ende das zählt, was ich mache und nicht das, wie ich rumsitze. Den Eindruck hatte ich jetzt auch nicht durchgehend bei meinen Beratungspraktika, aber es war einfach nochmal gefühlt nochmal ein stärkerer Fokus darauf. Ja, wie gesagt, da hört man ja auch einiges, was bei den Beratungen auch tendenziell nochmal besser wird mit den Jahren, was viele von unseren Leuten berichten, scheinen mir das auch deutlich besser zu werden. Das war damals halt so ein bisschen der Start von dieser Phase, wo da mehr Wert drauf gelegt wurde. Jetzt war ja für dich schon Sport auch eigentlich immer ein ziemlich wichtiger Faktor. Ich kann mich auch noch erinnern, ich glaube, du hattest so im ersten Jahr in der Uni, hattest du auch mal so ein Instagram-Seite, kann ich mich noch daran erinnern. Ja, das weiß ich noch. Jonas war vor mir Instagramer, wo du so diese Pistil-Squads und so weiter gemacht hast. Ja, ich hatte so eine Crossfit-Phase. Also finde ich bis heute auch mega, mega cool. Ich fand es leider, dass die Marketing-Technik leider ein paar Sachen, also die waren damals, war das halt so cool, weil die so krass gutes Content-Marketing gemacht haben. Die haben halt wirklich, also man muss sich das so vorstellen, wie wenn jetzt, das haben teilweise die Fußball-Clubs dann so ein bisschen gecheckt, als die angefangen haben, diese Dokumentationen zu machen. Oder es gibt ja dieses, wie heißt es nochmal von der Formel 1 von Netflix, Drive to Survive oder sowas, glaube ich. Ja, von Pep Guardiola, von ManCity gibt es das. Genau, und da gibt es auf Amazon so ein paar Dokumentationen. Und das hat praktisch Crossfit von sich aus produziert gehabt zu dem Moment. Das heißt, du konntest dich da halt auch echt so ein bisschen drin verlieren und hast super krasse Einblicke in die ganzen Leute bekommen und so weiter. Das fand ich total faszinierend. Das haben die leider irgendwann aufgehört, weil die gesagt haben, nur Kosten und so weiter, das war meiner Meinung nach nicht so smart. Aber ich war da voll drin und habe dann so ein bisschen zu dem Zeitpunkt auch angefangen, so Hindernisläufe zu laufen, weil so Ausdauersport war schon immer so ein bisschen meins. Ich bin ein bisschen Knacks in der Birne, was so die Fähigkeit angeht, mit Schmerz auszukommen in so Situationen. Also ich hatte da irgendwie dann ja wirklich Läufe, wo wir irgendwie an zwei Tagen so 55 Kilometer mit so zweieinhalbtausend Höhenmetern gelaufen sind und jeder Kilometer war ein Hindernis. Und wenn man ein Hindernis nicht geschafft hat, muss man irgendwie 30 Burpees machen. So, ich hatte da Tage, da habe ich an einem Tag 270 Burpees irgendwie gemacht. Ich hatte irgendwie Tage, gerade ganz am Anfang habe ich das total unterschätzt gehabt, was so dieses Höhenmeter-Thema angeht. In Frankfurt, ich meine, von hier sieht man so ein bisschen, sieht man ja den Taunus. Als ich das gelernt habe, habe ich angefangen, einfach den Feldberg, wir haben den Feldberg hochgelaufen. Beim ersten Mal hatte ich das nicht so auf dem Schirm und bin ja einfach in Frankfurt gelaufen. Da gibt es jetzt nicht so viele Höhenmeter und das ist schon eine andere Belastung. Da habe ich wirklich bei dem ersten Mal, glaube ich, gab es keinen Muskel in meinem Bein, der nicht gekrampft hat, so in irgendeinem Moment des Laufs. Und ja, irgendwie habe ich da auch, das, irgendwie tönt mich das auch so ein bisschen an, auf irgendeiner Ebene, diesen Zustand zu erreichen, wo man irgendwie, ja so weiß, hey, ich hole gerade irgendwas aus meinem Körper raus, was eigentlich gar nicht mehr möglich sein sollte, so ein bisschen. Und das, das zu machen, das ist schon was, was mich irgendwie so auch angetrieben hat. Das habe ich dann während meinem Studium auch durchgezogen, also diese, diese, das mit den 55 Kilometern und so weiter, das habe ich drei Jahre am Stück mit meinem Vater gemacht. Und es gab nochmal ein allererstes Jahr, wo wir praktisch, ja eine, also ja, das irgendwie mit so 25 Kilometern gemacht haben, auch mit so 1500 Höhenmetern oder so. Das habe ich auch während meiner Praktika damals auch durchgezogen bekommen. Es braucht ein bisschen natürlich Priorisierung, so, das braucht auch den Mut. Das ist was, wo ich heute auch viel versuche, das den Leuten beizubringen, weil es ist schon immer so ein Mix aus eigener Verantwortung und dem, also, ne, ich meine, ich bin ja heute irgendwie auch Geschäftsführer und so weiter und ein paar Leute, die man sich dann so kümmert oder die praktisch unter dem eigenen Management leiden oder wie auch immer. Und ich merke da auch, es ist halt ein, auf der einen Seite ist es so, dass es eine Erwartungshaltung natürlich von mir gibt, irgendwie was passieren sollte. Auf der anderen Seite ist es aber schon so, dass gerade viele motivierte Leute halt auch sich nicht wirklich dann trauen, irgendwie zum Beispiel zu sagen, ist das jetzt wirklich wichtig? Oder sich trauen zu sagen, hey, ich würde jetzt gerne eine Stunde zum Sport gehen, ist das in Ordnung? Also sie trauen sich gar nicht, in diese Situation zu kommen, das überhaupt zu erfragen. So, und Fragen kostet in dem Kontext halt nichts, solange man es einigermaßen gut fragt. Das sind dann zum Beispiel auch so Themen, wo ich einfach heute froh darüber bin, dass ich das Leuten mit auf den Weg geben kann. Weil bei mir war es dann schon eher so, okay, ich stehe halt nochmal eine Stunde früh auf und mache das dann zu der Zeit. Zumindest bei den ersten beiden Praktika oder bei BCG und Berger damals in Richtung Tridon. Ich habe es dann auch für mich einfach besser verstanden gehabt, was meine Verantwortung dann irgendwo so ein bisschen auch ist. Aber das ist dann auch was, was leider viele dann davon abbringt im Rahmen von so einem Praktikum, weil sie merken, hey, ich arbeite mich ja tot. Ja, die Verantwortung ist auf jeden Fall auch zu einem signifikanten Anteil natürlich bei dem Unternehmen. Aber die Verantwortung ist so auch teilweise bei den einzelnen Personen, weil sie einfach auch gar nicht erst versuchen, dem Unternehmen eine Möglichkeit zu geben, dass man zum Beispiel mal früher geht oder sowas. Und ja, das ist, das habe ich dann damals noch hinbekommen mit dem Sport. Aber es ist auf jeden Fall was, wo ich immer wieder merke, hey, da kann man wirklich mit ein paar einzelnen Punkten und ein paar Sachen, die man den Leuten mit auf den Weg gibt, halt so viel mitnehmen. Das hätte ich mir dann halt auch so ein bisschen gewünscht. Hattest du so irgendwie damals Mentoren? Es gab so, also mit der Zeit gab es halt Leute, mit denen ich mich so ein bisschen ausgetauscht habe. Aber das war jetzt auch nicht auf annähernd auf dem Level. Also es hat eigentlich nur, es hat eigentlich, also in den Praktika selbst hast du ja typischerweise Ansprechpartner, die nicht in dem Projekt sind oder so, mit denen habe ich mich dann auch immer ausgetauscht. Das hat sich aber eigentlich erst mit dem Praktika dann aufgebaut, sodass man irgendwie Leute hatte, ja, mit denen man dann mal irgendwie vielleicht alle einmal im Quartal oder sowas mal essen gegangen ist oder sowas in die Richtung, um sich einfach auch einfach ein bisschen ausgetauscht, auszutauschen. Das hat eigentlich erst angefangen, so als wir dann gegründet haben, gab es auch ein paar Themen und so weiter und so fort. Also während der Zeit eigentlich auf dem, auf einem signifikant höheren Level leider, also das Rückblicken sehr leider nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Punkt Gründung über. Ja. Ich sage mal, die Frage, die sich bei dir noch eher stellt als bei mir. Ja. Warum du gegründet hast und nicht eingestiegen bist. Ich meine, bei mir fragen schon oft Leute irgendwie und ich meine auch bei mir, auch ich habe mir dann manchmal die Frage gestellt, aber bei dir ist es jetzt natürlich noch extremer, weil du ja schon sehr gute Chancen hättest, gehabt hättest, an eine sehr gute Business School für einen Master zu kommen, auch sehr gute Chancen gehabt hättest, einen Berufseinstieg bei einer Top-Beratung zu machen, bei einem Mid-Cap-PI. Ja. Warum warst du auch so drauf aus, was zu gründen? Ja, also was man ja vielleicht schon ein bisschen rausgehört hat, von dem ich eben auch die Praktika beschrieben habe, so das, was mir schon am meisten Spaß gemacht hat, war auf jeden Fall das PE-Praktikum. So, das heißt, was ich so ein bisschen auf jeden Fall halt versucht hätte, 100 Prozent zu dem Moment, ist halt, ob ich da irgendeine Möglichkeit finde, einen Berufseinstieg schon zu schaffen, weil ich einfach gemerkt habe, das war für mich wirklich ein Umfeld, da habe ich mich auf der einen Seite sehr wohl gefühlt, aber ich habe auch wirklich inhaltlich und so weiter, mir das auch einfach nochmal, habe ich schon gemerkt, dass mir das auf einem anderen Level nochmal Spaß gemacht. Ich habe eben auch gesagt, das waren halt dann teilweise auch so ein bisschen, so ein paar Schmerzen und so weiter. Ich habe dann schon vor dem Triton-Praktikum und eigentlich gegen Ende des BCG-Praktikums irgendwie so ein bisschen angefangen, mir Gedanken zu machen, hey, könnte ich denn nicht irgendwas machen? Also das hat damit angefangen, dass ich irgendwie damals so ein Case-Buch geführt habe, also ich habe mir das einfach immer aufgeschrieben, was der Case war, was ich besser hätte machen können. Das war so ein Notizbuch, ne? Genau. Dann bist du mal in der Uni dann rumgelaufen, das weiß ich auch noch. Ja, okay, weiß ich nicht. Ja, ja. Okay. Und das, ich hatte, meine erste Überlegung war, hey, das könnte ich ja mit anderen Leuten irgendwie teilen, die Cases, weil das waren halt wirklich größtenteils, ich hatte einen signifikanten Anteil von Cases, die wirklich der Realität entsprochen haben. Und ich habe, damals gab es ja auch schon die ein oder andere Plattformen und ich habe da schon immer gemerkt, okay, ist jetzt nicht wirklich so genau das, wie das in der Realität vorkommt. Und dann gab es schon ein paar Abweichungen, immer mal wieder und habe dann über Leute, die ich dann über diese Plattformen kennengelernt habe und so weiter und so fort, habe ich halt überlegt, hey, wie wäre es denn, wenn ich das zur Verfügung stelle? Und dann habe ich aber gedacht, okay, das müsste ich ja irgendwie, aber irgendwie müsste das ja irgendwie jemand mitbekommen. Dann habe ich halt so ein bisschen mit Social Media angefangen gehabt, du hattest das ja auch schon länger gemacht, das war mit sich halt auch eine Sache, die dem Ganzen nicht geschadet hat, dass ich mich das irgendwie ein bisschen getraut habe, aber ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob du jetzt davor schon mal einen YouTube-Kanal hattest, aber ich hatte mit so 13 oder sowas meinen ersten YouTube-Kanal, das heißt, da gab es so ein bisschen so eine Vorgeschichte, damit habe ich so FIFA gezockt und so und da so Let's Plays gemacht. Ja, das habe ich mir nicht getraut. Ich hatte zu der Zeit, weil ich glaube ich sogar, es gab eine Phase, da war ich der drittgrößte Kanal in Deutschland oder sowas dafür. Für FIFA-Content. Für FIFA-Content, aber da hatte ich halt so 350 Abonnenten oder sowas. Das war zu der Zeit vollkommen krass. Das hatten irgendwie, also die größten Kanäle hatten ein paar tausend Follower oder sowas. Und ja, das habe ich dann leider damals aufgehört gehabt, deswegen hatte ich da schon auch so, irgendwas gab es in mir schon auch so, habe das dann so ein bisschen angefangen gehabt und ja, dann hat das halt so ein bisschen so eine Eigendynamik entwickelt gehabt. Also wir haben uns dann irgendwie so ein bisschen ausgetauscht und man hat irgendwie so ein bisschen gemerkt, hey, das macht einem Spaß. Also das hat mir irgendwie echt auch was gegeben, weil ich habe auch immer wieder gesagt, also es war jetzt kein, also es war jetzt kein Weg, da gab es definitiv immer Phasen, wo ich mir auch irgendwie verzweifelt war auf irgendeiner Ebene, wo ich mir gedacht habe, hey, shit, das hätte ich ja wirklich einfach viel besser machen können. Und das gibt einem natürlich total viel, wenn man dann merkt, hey, ich bin jetzt diese Person, die ich mir so ein bisschen gewünscht hätte, so auf so einer Ebene. Das ist ja total, also ich glaube, krasser und näher dran kann so ein Impact dann irgendwie nicht sein, dass man es schafft, in so einer Situation praktisch Leuten, wo man auch eine hohe Identifikation mit hat, weil man selbst in der Situation war oder in einer vergleichbaren Situation irgendwo, diesen Leuten dann zu helfen. Dann ist ja, also ich meine, das, was wir machen, das ist ja lebensbeeinflussend. Ja, hundertprozentig, ja. Dein Job ist ja ein massiver Part von deinem Leben. Ja, und das hat ja auch, also der Job ist ja auch nicht isoliert oder sowas, sondern wenn ich jetzt irgendwie es schaffe, im Job gewisse Erfolge zu erzielen, dann hat es ja auch Auswirkungen auf andere Themen in meinem Leben. Und es hat totale Auswirkungen, was für ein Leben ich fühlen kann, darf und so weiter und so fort. Umlaufstand ist das Wichtigste eigentlich, ne? Ja, und dementsprechend, ja, ist das halt natürlich so, dass man das auch irgendwie, man hat das schon relativ früh gemerkt, finde ich, so ein bisschen. Und dann haben wir irgendwann angefangen, habe ich, glaube ich, gesagt, lass uns mal so ein paar Workshops machen. So, und dann haben wir das irgendwie gemacht gehabt und da hat man das auch schon gemerkt, ne? Da sind irgendwie teilweise Leute von irgendwo angereist und wir standen dann da und haben irgendwie so was erzählt. Man konnte es gar nicht glauben, dass die gekommen sind und so, ne? Am Anfang. Ja, also, und ja, keine Ahnung, und dann hat man am Ende des Tages, hat man sich dann irgendwie nochmal Feedback eingeholt und man hat wirklich gemerkt, hey, man hat hier jetzt wirklich irgendwie was gemacht und auf der anderen Seite hat man natürlich auch gemerkt, hey, da ist irgendwie auch ein Need. So, ich bin jetzt nicht die einzige Person, die das so fühlt, die so jetzt merkt, hey, das ist irgendwie was, wo man Hilfe für benötigen kann, so, oder wo man einfach auch eine Ungleichheit wahrnimmt, ne? Weil ich habe das ja eben auch immer wieder gemerkt, ne? Also, ich habe ja gemerkt, dass es Leute gab, die hatten nicht diese Probleme auf einem gewissen Ebene. Die mussten nicht gewisse, aus gewissen Fehlern lernen, weil das finde ich ja, finde ich auch immer irgendwie ein bisschen schwierig in dem Kontext. Also, ich hätte die Fehler lieber vermieden, so, weil es gibt auch andere Ebenen, auf denen man lernen kann, ohne dass man was falsch machen muss. Und Chancen verpeilt. Ja, genau, also, mein, so, irgendwann wird man immer, wird irgendwas nicht so laufen, wie man sich das vorstellt. So, aber idealerweise macht man das halt auf einem Level, wo man vorher viele Sachen umgangen ist. So, dieses, ja, ich muss ja auch selbst Fehler machen, so, als man ja mal ja noch ganz schwieriges Privilegdenken von Leuten, die sich das irgendwie auch nachhaltig leisten können, auf einer gewissen Ebene irgendwie dann Fehler zu machen. Weil natürlich kann man das irgendwo, sie alles leisten, ich konnte mir auch leisten, die Fehler zu machen, so, aber, also, wer bin ich denn, dass ich da der Meinung wäre, dass das nicht noch signifikant irgendwie besser hätte funktionieren können. So, das waren dann halt all diese Themen, die auch von einer superkrasse Motivation gleicht, haben wir gemerkt, hey, da ist irgendeine Nachfrage. Und dann haben wir einfach, also zumindest nach meiner Erinnerung einfach gesagt, hey, das wäre was, was uns echt Spaß machen würde, zu machen. Und wir haben einfach angefangen. Wir haben einfach gesagt, hey, wir haben jetzt, wir sind jetzt fertig mit unserem Bachelor, so, ich hatte gewisse Erfahrungen, du hattest auch gewisse Erfahrungen, hast mal mindestens natürlich einen sehr, sehr guten Bachelor irgendwie absolviert. Wir haben jetzt die Möglichkeit, können das jetzt einfach mal machen. So, ich glaube, ich habe da bei meinen Eltern gewohnt zu der Zeit und du warst irgendwie auch irgendwo da oder noch im Ständenwohnheim, I don't know, aber irgendwie war das halt alles so, wir haben jetzt nicht so viel zu verlieren. Und wir merken, das ist aber potenziell was, was uns echt viel gibt. So, und dann haben wir einfach gesagt, lass uns das mal probieren. Dann habe ich auch die ganzen Interviewprozesse, die da irgendwie zu dem Zeitpunkt noch anstanden und so weiter, auch auf Eis gelegt gehabt und habe gesagt, hey, machen wir jetzt einfach mal irgendwie für sechs bis zwölf Monate. Und wenn nichts bei rumkommt, können wir immer noch was anderes machen. So, und das hat sich ja dann doch schon auch relativ schnell abgezeichnet, dass das irgendwie, dass wir jetzt nicht die Einzigen waren, die der Meinung waren, dass das was ist, wo man potenziell krass von profitieren kann. Ja. So, also. Also am Anfang war es ja, glaube ich, so, da hattest du auch noch relativ, da hatte ich zwei YouTube-Videos die Woche gemacht, du ein YouTube-Video. Ja. Und da hat sich das ja schon immer mehr so entwickelt. Dass du mein Eines noch übernommen hast. Ja, genau. M&A. Und ich habe zum Beispiel bei uns am Anfang auch Buchführungszeug gemacht und so weiter. Du hast vor allem so die Coaching-Sachen gemacht. Ja. Und da hat sich das ja schon immer mehr in so eine aktuelle Konstellation entwickelt, dass du halt eigentlich die komplette Geschäftsführung machst und nicht vor allem das Marketing-Zeug machst. Würdest du sagen, das war jetzt rückblickend auch irgendwo getrieben durch uns beide? Oder haben wir uns da so reingewachsen irgendwie? Ich glaube, wir sind relativ unterschiedliche Persönlichkeiten. Also ich meine, es gibt ja Tests. Also de facto, ne? Also da müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber glauben. Genau, es gibt ja Tests, die man da machen kann. So 16 Personalities. Und in diesem Test haben wir ja zum Beispiel bei einem vier Buchstaben das komplette Gegenteil voneinander. Und ich glaube, dass grundsätzlich, dass du halt jemand bist, der einfach nochmal einen anderen, einfacheren Zugang findet zu so Social-Media-Themen, der da auch einfach, ja, auch, ja, auch ein bisschen mehr irgendwie Lust drauf auch hat. So zum Beispiel, also natürlich bist du jetzt auch nicht immer, also ich weiß ja, ob es ist ein Thema begeistert, wenn dich jemand anspricht oder sowas in die Richtung. Also je nach Situation kann das ja irgendwie auch manchmal unangenehm sein. Mach das gerne, aber vielleicht auch kurz mal irgendwie abwarten oder sowas oder kurz irgendwie in einem passenden Moment irgendwie suchen. Aber für mich wäre das irgendwie so gar nichts. Also ich stehe irgendwie nicht so gerne dann da auch in dem Mittelpunkt so ein bisschen. Und das ist auch gar nicht negativ gemeint in dem Kontext, sondern ich weiß einfach für mich, ich bin irgendwie schon auch introvertierter und ich brauche irgendwie so meine Zeit für mich. Und bin jemand, der, wenn er ein Needs sieht, sich auch gerne zeigt. So, und wenn ich der Meinung bin, hey, ich kann da irgendwie einen Mehrwert bringen, der signifikant ist oder das hat jetzt irgendeinen Sinn und Zweck, dann mache ich das auch sehr gerne und habe davor keine Angst oder so. Aber bin jetzt nicht jemand, der das mit der Begeisterung irgendwie macht, die du an den Tag legen kannst. Ich meine, du machst es ja auch sehr, sehr gut. Genau, dementsprechend glaube ich schon, dass das so ein bisschen so eine natürliche Entwicklung auf einer Ebene war, wo wir einfach näher dran sind an den Charakterzügen, die wir irgendwie mitbringen. Und ich vielleicht dann auch jemand bin, der irgendwie tendenziell vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen intensiver so plant und so weiter und so fort. Vielleicht auch irgendwie, ja auch vielleicht manchmal, was ein paar Themen angeht, irgendwie gerade Personalführung oder sowas, bin ich jetzt auch weit weg von, dass das irgendwie perfekt ist, aber so ein bisschen mehr Auge auch noch fürs Detail hat oder sowas in die Richtung. Das sind ja jetzt alles Themen, wo man ja schon so ein bisschen gemerkt hat, wo du das schaffst, wenn du es schaffen möchtest. So genauso wie ich das schaffe, wenn ich es schaffen möchte oder muss, über eine Zeit lang immer YouTube-Videos zu machen. Aber das ist halt jetzt nichts, wo ich dann mit der Euphorie in den Arbeitsalltag starte. Genauso wie das dann bei dir der Fall ist, wenn du jetzt irgendjemanden, was ja auch dazu gehört, irgendwie monitoren musst oder sowas. Oder kurz schauen musst, hey, wie ist eigentlich gerade der Fortschritt und so weiter. Wo dir das vielleicht nicht so viel Spaß macht oder du davon ein bisschen weiter entfernt bist, ist das bei mir bei den Social-Media-Themen so ein bisschen der Fall. Und ist das ein Thema für dich, dass du dir auch manchmal wünschst, dass du dafür mehr Anerkennung bekommen würdest, was wir so machen? Weil ich sag mal, ich meine, ich bekomme natürlich auch den Großteil vom Fett weg auf Social-Media von den Leuten, die das nicht cool finden, was wir machen. Aber dafür bekomme ich dann ja auch, bin ich eher der, der die Nachrichten bekommt, hey David, du hast mein Leben verändert. Ich sag mal, bei den Leuten aus dem Coaching bist du dann teilweise sogar eher nochmal du, bei dem sich die Leute ganz persönlich bedanken. Aber vor allem so diese 10.000 Leuten, wo wir auch über Social-Media komplett kostenloses Leben verändert haben, da ist dann ja schon eher so, dass ich da irgendwie die Lorbeeren für ernte. Wünschst du dir ja manchmal, dass die Leute das so ein bisschen besser verstehen würden? Ich glaube, also in den allermeisten Momenten eigentlich nicht. Also ich glaube, ich weiß irgendwie ganz gut, was mein, was mein Anteil, Anteil ist. Und wie gesagt, hab da auch nicht ganz so das, das ist mir dann auch fast unangenehm. So wenn, also da bin ich auch besser drin geworden mit so ein paar Themen, die ich irgendwie aufgearbeitet hab in den letzten Monaten und Jahren so. Aber tendenziell ist das so, bin ich auch nicht jemand, der jetzt, dem es total einfach gefallen ist, gelobt zu werden. Also vielleicht wissen ein paar Leute, was ich damit meine. Was so fast ein bisschen unangenehm irgendwie war. Also das einzige Thema, also manchmal wünsche ich mir, weil wir dann natürlich auch auf manche Themen einfach aufgrund der anderen Persönlichkeit vielleicht manche Themen einfach ein bisschen anders rüberbringen oder sowas. Oder vielleicht auch manchmal auch wirklich auch andere Einstellungen irgendwie haben. Das ist manchmal was, wo ich mir ab und zu mal schon irgendwie so gedacht hab, hey, das fände ich eigentlich ganz, ganz, ganz cool. Dann hatte ich aber so viele andere Themen irgendwie parallel, wo ich mir irgendwie gedacht hab, am Ende machst du da einen super, super Job. Und in, sag ich mal, 90 Prozent der Fällen fühle ich mich da super repräsentiert. Und die 10 Prozent der Fälle, die es dann irgendwie mal ab und zu gab oder gibt, die nehme ich dann so ein bisschen in Kauf. Ist aber ja auch was, wo wir dann regelmäßig irgendwie versuchen, drüber zu sprechen. Aber letztendlich ist natürlich auch einfach eine andere Einschätzung, auch auf ein paar Themen und auch eine andere Art und Weise, gewisse Sachen zu vermitteln oder sowas. Und ja, dementsprechend gibt es, das wäre vielleicht eher nochmal was. Aber dann wird auch in den nächsten Monaten einiges kommen, dass ich mir halt wünschen würde, dass gewisse Sachen einfach anders wahrgenommen werden. Aber das mach ich dann nicht, weil ich, also ich glaube zumindest, dass ich das dann nicht mache, weil ich mir dann irgendwie wünsche, mehr Präsenz zu haben oder sowas. Sondern weil ich glaube, dass uns das hilft. So, weil ich glaube, dass wir halt dann auch teilweise schon konträre Eindrücke bei Leuten hinterlassen. Also, was heißt konträr, aber halt so einfach einen anderen Eindruck hinterlassen können. Und wir das ja auch bei den Coaching-Leuten dann teilweise merken, dass es gibt manche, mit denen kommst du super klar, es gibt manche, mit denen kommen wir bei dir super klar. Und es gibt manche Leute, mit denen komme ich viel besser klar. Und damit ist das ja so ein bisschen zu vermuten, dass wir da marketingseitig vermutlich vielleicht noch ein bisschen, ja, so eine Lücke offen haben. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr denkt, ihr seid eher ein Jonas oder ein David. Ja, in den öffentlichen Votes verliere ich da auf jeden Fall meistens, meistens eigentlich immer. In den Votes von den Leuten, die uns vielleicht beide besser kennen und so weiter, dann wird es meistens ein bisschen ausgeglichener. So, aber es hat ja einen Grund, warum du die Person auf Social Media tendenziell bist. Nee, deswegen fühle ich mich da eigentlich ganz, die meiste Zeit eigentlich sehr wohl mit, dass ich irgendwie die Themen mache, die ich mache. Jetzt vielleicht auch dazu mal so ein bisschen. Also, ich meine, ich spreche auf meinem Kanal sehr selten irgendwie so über Unternehmertum und so. Liegt auch daran, weil ich mich jetzt nicht unbedingt dann auch als die Person dann immer hundertprozentig sehe, die die Firma jetzt in drei Jahren irgendwie auf Millionen Umsätze hochskaliert hat und so weiter und so fort. Ja. Und irgendwie 15, 20 Mitarbeiter, sondern, ich meine, dazu kannst du vielleicht ein bisschen mehr Einschätzung sagen. Weil ich sage mal, das ist ja eigentlich ein größeres Achievement als ein BCG-Praktikum zu bekommen. Es gibt viele Leute, die ein BCG-Praktikum bekommen haben, aber dann zeigt mir mal die Leute, die mit 25, irgendwie 15, 20 Mitarbeiter haben. Ja. Das lernt man dann nämlich auch nicht an einer Top-Business-Privat-Uni irgendwie, wie das funktioniert. Nee. Was waren da so die größten, die größten Learnings, die größten Hindernisse? Ja, es ist halt, also es ist eine brutale Reise. Mhm. Also in alle Himmelsrichtungen brutal. Also es ist in die Highs brutal, wenn es irgendwie gut läuft, weißt du ja, hey, du hast einen echt krassen Anteil irgendwie daran. Wenn du irgendwie, wenn gewisse Leute auch beispielsweise im Coaching irgendwie gewisse Sachen erzielen, so dann weißt du, die haben, also natürlich am Ende haben sie es selbst gemacht, aber du hast irgendwie hier echt einen krassen Impact irgendwie gehabt und du merkst ja irgendwie auch die Dankbarkeit so. Also diese Highs, so wenn wir irgendwie einen krassen Monat hatten, mit krassen Erfolgen, vielleicht auch coole Mitarbeiter gefunden haben oder sowas. Das sind dann immer Momente, die sind dann am höchsten so und die sind auch nochmal auf jeden Fall signifikant höher als alles, was man dann irgendwie in so einem Praktikum oder auch in einer, ich meine, ich kenne ja auch viele Leute, die in den Bereichen arbeiten. Das ist dann nicht vergleichbar, aber genau so weißt du natürlich in den Momenten, wo es nicht gut läuft und die haben wir ja genau, genau so. Also es ist ja jetzt kein stetiger Pfad nach oben, sondern es ist ja auch immer wieder so, dass wir Perioden, teilweise auch mehrere Monate haben, wo wir irgendwie nicht annähernd zufrieden sind mit dem, was irgendwie passiert. Ich weiß gar nicht, ob man uns das dann so krass anmerkt oder sowas, aber ich glaube tendenziell nicht so krass so, aber das ist natürlich dann auch umso krasser, weil du weißt, dass du das vermutlich auch zu verantworten hast. Und mindestens so einen gewissen Anteil, weil selbst wenn beispielsweise gewisse Mitarbeitende nicht die Leistung zeigen, die sie zeigen sollten, hast du ja mindestens die Person immer noch eingestellt. Also du kannst dich halt nicht rausreden eigentlich. Und das ist das brutal Aufregende daran und das ist das brutal Anstrengende daran. Und da muss man echt in der Lage sein, halt mit sowas produktiv umgehen zu können. Das ist auch was, was ich irgendwie super krass lernen. Also du hast halt, du hast halt keine Wahl so ein bisschen. Du musst das lernen, weil sonst capst du halt irgendwann. Also das ist vielleicht schon mal was anderes, wenn du irgendwie so VC-funded bist und dann voll am Hochskalieren bist, wo du vielleicht auch so ein bisschen mehr mit so metaphorisch mit Geld um dich wirfst. Dann holst du dir halt da eine Führungskraft und wenn das nicht perfekt läuft, dann ist da auch alles nicht so dramatisch. Wenn du jetzt wie in unserem Fall das irgendwie bootstrappst, dann kannst du das halt nicht machen. Also du kannst es halt jetzt nicht mit Geld um dich werfen und es ist auch nicht egal, wenn es nicht perfekt läuft, sondern am Ende hat das halt alles sehr reale Auswirkungen. Und das kannst du dir dann halt nicht leisten, mal mindestens in einer längeren Frist, dass da irgendwie nachhaltig dich auch gewisse Sachen aufhalten. Und ja, also ich konnte, also ich kann halt unglaublich viel lernen. Das ist auch echt anstrengende Prozesse. Also ich habe auch, also ich zum Beispiel habe auch mehrere Coachings jetzt irgendwie, die ich zum Beispiel persönlich mache, weil ich irgendwie gemerkt habe, hey, auf gewissen Themen, die halten uns zurück. So, weil ich irgendwie gewisse Sachen mit mir irgendwie habe, wo ich irgendwie gemerkt habe, hey, das ist irgendwie von so einem, ja auch auf so einer Glaubenssatz-Ebene oder sowas einfach Sachen, die halten mich davon zurück, bestmöglicher Leader zu sein. So, und das hält mich aber dann auch gleichzeitig, das hält mich nicht nur davon ab, das zu haben, sondern es hält mich aller Wahrscheinlichkeit auch davon ab, nachhaltig, dass das Unternehmen nachhaltig wächst. So, weil wenn man, also man kann, so mein Eindruck irgendwie, als wir jetzt fünf bis zehn Mitarbeiter waren, welche, wenn wir uns noch mit dazu rechnen. Das war eigentlich relativ, ja, es war auch relativ egal, ehrlicherweise, was wir hier machen. Also es war sehr offensichtlich, wer was macht, so und wenn die Person das nicht gemacht hat, dann war es komplett klar, so und dann, das hat die Person auch selbst schnell verstanden, so, ne, also es war allen klar, dass es auffällt, inklusive der Personen, die den jeweiligen Job machen, musste also Management, musste man auf der Ebene eigentlich nicht so wirklich machen. Es hätte das Ganze besser gemacht, wenn man das gekonnt hätte, aber es hat jetzt auch nicht, also es hat jetzt nicht zu einem Cap geführt oder sowas, wo man dann dachte, okay, wir erreichen das und das Level nicht, wenn wir nicht so und so Lösungen finden. Aber als es dann angefangen hat, dass wir irgendwie, ja, aus unserem alten Büro ausgewachsen sind, ja, hat das halt dann langsam angefangen, dass man sich halt jetzt nicht mehr so mit jedem Tag unterhält und so weiter und da habe ich dann einfach gemerkt, ey, was so Themen angeht, da fehlt mir einfach, da fehlt mir einfach was. So, ich bin irgendwie gut darin, eine Strategie aufzuzeigen, ich bin gut darin, einen Plan zu entwerfen, ich bin irgendwie im Zweifel gut darin, den Leuten auf die Nerven zu gehen, wenn sie was nicht machen, so, aber das dann auch irgendwie im täglichen, nicht nur den Leuten auf die Nerven zu gehen, sondern das vielleicht auch positiv zu gestalten, da gab es einfach auf jeden Fall hundertprozentig Themen, die ich einfach nicht, wo ich nicht wusste, was ich machen musste und habe das dann zum Glück einigermaßen schnell auch verstanden. Dass ich da so ein bisschen gecappt bin, aber das ist halt dann, das finde ich halt so, dass das total Spannende und das finde ich das, was mich einfach auch nochmal mehr fasziniert, als dann jetzt zum Beispiel in der Beratung gearbeitet zu haben oder auch an einem PI oder sowas. Aber ich bin halt auch absolut gar kein Freund davon, dass das für jeden was ist, weil das ist auch brutal, also teilweise die Sachen, die ich dann irgendwie aufgearbeitet hatte oder sowas, so, das sind auch Themen, da gab es auch teilweise Gründe, sehr gute Gründe dafür, dass ich die jetzt nicht aufgearbeitet habe vorher. Und das ist dann genauso harte Arbeit, wie sich dann halt irgendwie hinzusetzen und irgendwie die eine Aufgabe noch zu erledigen oder sowas. Und für meinen Geschmack war es sogar noch härtere Arbeit, sowas dann anzugehen und zu verstehen, was einen denn da auffällt und damit dann zu arbeiten, ist halt auf einer emotionalen Basis und so weiter noch eine, fand ich, eine viel, viel härtere Arbeit. Und ich habe halt oft den Eindruck gehabt von vielen Leuten, die ich irgendwie so dann mal mitbekommen habe oder sowas, es gab auf jeden Fall hundertprozentig Leute, die haben es geschafft, dass das Unternehmen trotzdem noch größer wird. Aber die haben halt gefühlt dann teilweise so ein bisschen was auch verloren von sich oft, wo man wirklich den Eindruck hatte, hey, die haben jetzt das und das wirtschaftlich erreicht, aber wo ich den Eindruck hatte, hey, die haben halt das gelöst, indem sie halt vollkommen zugemacht haben auf ein paar Ebenen. So einfach so ein gewisses Themen, Menschlichkeit irgendwo auch verloren haben und das dann nur noch dadurch gerechtfertigt haben, dass sie halt jetzt beruflich noch weiter nach vorne kommen, kommen wollten. Und das hat mich dann irgendwie auch relativ stark abgestreckt. Und ich glaube, es gibt einen Weg, wo man das alles hinbekommt, wo man auch noch stolz darauf sein kann, was man für ein Mensch ist, so ein bisschen. Und der Weg ist aber halt noch härter dann so und ja, deswegen, also ich kann das jedem nur empfehlen, das auszuprobieren, aber ich bin auch nicht jemand, der jetzt sagt, hey, das ist was, was jetzt annähernd jeder machen sollte. Das sollten Leute machen, die auch bereit sind, dann diesen Weg zu gehen. Und ich glaube, der Weg ist vielleicht auch nochmal ein bisschen einfacher, wenn man vielleicht ein paar mehr Jahre noch auf dem Buckel hat, so Berufsjahre oder sowas in die Richtung, wo man das vielleicht auch mit einer höheren, mit einer einfachen, also wo Fehler nicht so wehtun. Weil wenn du jetzt Projektleiter bist, bei einer Beratung zum Beispiel, natürlich wirst du dann angemotzt von deinem Chef oder von dem Partner oder sowas, aber am Ende musst du dann nicht irgendwie die Schlüsse vom Unternehmen abgeben, 15 Leute kündigen und irgendwie das Geld, was du dir vielleicht von deinen Eltern am Anfang geliehen hast, damit alles clean abläuft, nicht zurückzahlen zu können. Also das Risikoverhältnis ist halt ein bisschen anderes, also dementsprechend, ja, gerade in so einem Kontext ist das halt natürlich dann auch nochmal härter, das dann in so einem Alter irgendwie dann zu lernen und halt dann auch als erstes zu lernen. Da müssen gerade unsere Mitarbeiter auch viel, dann regelmäßig viel mitmachen, was halt dann auch unsere oder meine Lernerfahrung irgendwie ist. Glaubst du das den Leuten bewusst, die hier irgendwie die Videos schauen, die Podcast-Folgen anhören, was da so an Arbeit in der Firma steckt am Ende des Tages? Nee, also natürlich nicht, kann einem ja auch nicht bewusst sein. Also, es kann einem bis zum gewissen Grad nicht bewusst sein. Also, es ist ja sehr gut, dass man als Mensch nicht ständig sich überlegt, was hat die andere Person eigentlich auch noch für Probleme. Also, sonst wäre das Leben, glaube ich, auch sehr, sehr schwierig, so, weil man ist schon genug mit seinen eigenen Themen irgendwie, irgendwie beschäftigt. Dementsprechend ist es ja auch gar nicht, gar nicht irgendwie erforderlich. Ich glaube, ich bin jemand, der immer versucht, bei uns anzusetzen. Ich glaube, dass wir da teilweise einfach auch ein bisschen besseren Job irgendwie noch machen, noch machen müssen, dass einfach ein paar Themen irgendwie genauso präsent sind wie irgendwie andere. Deswegen bin ich immer ein Freund davon, die Verantwortung irgendwie dann bei uns zu suchen, wenn das jetzt nicht so präsent ist. Ich glaube aber, also natürlich, du kannst es ja auch nicht nachempfinden, so ein paar Themen, die du dann da irgendwie hast. Und natürlich kannst du das nicht nachvollziehen, was mit jemandem wie uns, wo irgendwie sehr viel online teilweise natürlich dann auch irgendwo steht, was es dann mit einem macht, wenn man gewisse Sachen liest oder sowas in die Richtung. Das ist aber ja dann auch was, wo man lernen wird, umzugehen und das irgendwie dann auch lernen muss. Und ich denke mal, im Marketing wäre mir da auch immer besser darin, dass das irgendwie auch klar ist, dass das hier ja ein echtes Unternehmen ist, mit seinen Ecken und Ecken und Kanten natürlich. Und natürlich läuft auch da nicht alles perfekt. Und ich glaube, wir haben nie gesagt, dass wir jetzt irgendwie die perfekten Unternehmer sind oder sonst irgendwas in die Richtung. Ich weiß auch nicht, wie da. Egal. Aber so am Ende, da ist das hier super, super harte Arbeit und am Ende machen wir das natürlich, um irgendwie persönlich voranzukommen. Und die Lerngruppe ist faszinierend. Und wenn am Ende wir irgendwie finanziell gut dastehen und so weiter und so fort, dann sind wir mit Sicherheit auch eher glücklicher als weniger glücklich. So, aber all in all ist es ja, also es ist ein Großteil der Motivation wirklich schon dadurch gegeben, einfach, dass wir Bock haben, dass genau bei dieser Problemstellung, die wir selbst irgendwie gespürt haben, so, wo wir die Schmerzen gespürt haben und so weiter und so fort, dass wir genau das irgendwie lösen. Und am Ende ist das dann irgendwie der Antrieb. Und je mehr Leute das verstehen, umso besser ist das sowohl für uns als auch dann für die Personen, würde ich sagen. Schreibt gerne mal euer Feedback irgendwie, was ihr dazu haltet, ob wir dazu vielleicht mal ein bisschen öfters was machen sollen. Ja. Finde ich, das ist ein interessanter Ansatz, weil, also wir merken es ja selber, in einem Coaching gibt es auch viele Leute, die sagen, sie wollen später auf jeden Fall was gründen. Ja. Und ich meine, wer von Anfang an sagt, der will was gründen, der kommt sowieso nicht zu uns oder den lassen wir sowieso nicht ins Coaching rein, weil wir jetzt kein Coach oder Startup-Coaching machen oder so. Ja. Aber da wird es ja wahrscheinlich hier hoffentlich ein paar Leute geben, die sich auch vorstellen können, mal ein eigenes Unternehmen zu gründen. Das heißt, wenn ihr dazu vielleicht ein bisschen ab und zu mal was sehen wollt, gebt gerne Bescheid. Dann würde ich mal sagen, Jonas, wechseln wir mal, weil wir haben beide noch einiges vor heute, in den letzten Part der Podcast-Folge, die Tim Ferriss-Fragen. Du bist auch ein sehr, sehr großer Tim Ferriss-Fan. Ja, ich glaube, ich würde sagen, ich habe Tim Ferriss erfunden, sozusagen. Nee, erfunden ist er auf jeden Fall. Aber ich habe den auf jeden Fall damals auch sehr früh im Hype-Zyklus entdeckt. Also ich glaube, in der Schule habe ich den noch nicht gehört, aber in meinem ersten Jahr vom Studium, da ging es los. Ja, da waren wir beide so ein bisschen auf dem Trieb auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt. Genau. Folgende Frage. Erste Frage, Buchtipp. Welches Buch hast du am häufigsten verschenkt oder alternativ, welche Bücher haben dich am meisten beeinflusst? Ich habe jetzt in der Persönlichkeitsentwicklung gelernt, dass das Verschenken von Büchern, von Leuten, die das eigentlich nicht haben wollen, eigentlich auch eher ein bisschen Eingriff in die Privatsphäre ist. Deswegen versuche ich das nicht mehr zu machen, sondern dann das zu machen, wenn ich wirklich merke, dass das wirklich helfen kann oder die Leute das aktiv von mir irgendwie haben wollen. Ich stelle mich gerne zur Verfügung, das nur als kleiner Einwurf wäre jetzt eigentlich auch nicht so erforderlich. Was sind meine bewegendsten Bücher? Also früher immer, was ich immer früher gesagt habe, ist so Wine Holiday, wie heißt das denn? Kommst du noch auf den Namen? Ego is the enemy. Ne, das andere. The obstacle is the way. Das war für mich so damals der Einstieg, wo ich das zum ersten Mal verstanden habe. Hey, ich kann aus einem Hindernis ja immer mich auch entscheiden, was ich damit mache. Also das war so das, wo ich realisiert habe, okay, ich habe eine viel krasser Entscheidungsfreiheit, als ich mir irgendwie zugestehe. Ich kann in einem Moment, wo irgendwie die externen Umstände nicht gut sind, wo ich im Stau stehe, wo es regnet, wo I don't know, habe ich immer eine Entscheidungsfreiheit, ob ich das jetzt dazu führen lasse, dass es mir nicht gut geht oder ob ich das irgendwie dafür nutze und sage, hey, ich bin trotzdem immer gut drauf. So, das ist kein Aufruf für Toxic Positivity oder sowas, aber es ist einfach was, wo ich brutal viel mitgenommen habe von dieser Erkenntnis, wie viel in meiner eigenen Verantwortung steckt. Auch so Extreme Ownership, damals auch so ein Buch, was so ein bisschen in die Richtung ging, was mir das sehr klar gemacht hat. In den letzten Monaten gab es da jetzt auf jeden Fall einige Bücher, die jetzt eher auf andere Themen irgendwie eingezahlt haben. Ich tendenziell, glaube ich, vielen Leuten, die mir jetzt zumindest nahestehen, irgendwie eher nochmal empfehlen würde. Das sind dann viele Dinge, wo es irgendwie darum geht, ja, zu verstehen, wie man eigentlich so wird, wie man ist. Also irgendwie so, zum Beispiel so ein Buch wie What Happened to You, fand ich ein sehr, sehr gutes Buch. Einige Sachen von so einer Autorin wie Brene Brown fand ich sehr, sehr faszinierend. Und ja, das waren dann so Themen, die ich irgendwie in den letzten Monaten hatte oder auch so ein Leadership Buch wie irgendwie The CEO Within zum Beispiel fand ich ein richtig gutes Buch. Also, ich würde mal sagen, ich bin da ein bisschen weg davon, dass ich so überall einen Nagel sehe und einen Hammer in der Hand habe, wo ich jetzt jedem dasselbe Buch empfehlen wollen würde, sondern bin da ein bisschen differenzierter geworden, je nachdem, wo man irgendwie steht. Aber es wären so ein paar Bücher, die mich auf jeden Fall sehr nachhaltig geprägt haben. Welcher Kauf in den letzten sechs Monaten für 100 Euro oder weniger hat dein Leben am meisten positiv beeinflusst? Ich denke mal, ich darf jetzt dann natürlich, also wenn ich jetzt ein Buch wieder nenne, das ist nützlos in dem Kontext. Also, ich weiß gar nicht, was in den letzten, also ich vermute mal, was ich am nachhaltigsten benutzt habe in der, in der Zeit, weil ich da sehr froh darüber war, dass ich das wieder so gut hinbekommen habe, wäre jetzt meine Laufschuhe. Na ja, Laufschuhe. Na okay. Für 100 Euro. Ja, ich habe da erstmal gesagt, ich mache da jetzt nicht so, ich mache da jetzt nicht, es gibt ja viele Personen, die sehr viel Wert auf die Ausrüstung legen. Na, hört gerade nicht zu. Bin es da nicht hinter der Kamera, der hat diese 500 Euro Schuhe von dem Weltrekordbrecher sich gekauft für den JP Morgenlauf. Ich habe mir dann erstmal wieder gedacht, hey, ich bin einfach froh, wenn ich das irgendwie schaffe, den Kopf und den Körper in diese Schuhe zu bringen und die nachhaltig zu nutzen. Dementsprechend, so langsam sollte ich mir dann auch, glaube ich, neue kaufen. Wenn du jetzt so eine Message auf eine Werbeleinwand drücken könntest, an der hunderttausende Leute vorbeifahren, jedes, jeden Tag, was wäre das? Kann auch ein Zitat sein. Ich meine, gut, wir schalten ja regelmäßig Werbeanzeigen, für die viele Leute sehen. Aber, sag ich mal, was vielleicht ein bisschen genereller gilt, nicht nur für Leute, die Karriere haben. Ja, ich glaube, es war wirklich irgendwas in diese Verantwortungsrichtung, weil ich wirklich, also ich hatte auch nicht immer in meinem Leben die Einstellung und ich glaube, dass das eine brutal wertvolle Einstellung ist, das zu realisieren, wie viel in der eigenen Macht steht und wie viel auch sich die Leute zum Beispiel um einen herum verändern, wenn man sich selbst verändert. Also man hat da, also solange es irgendwas gibt, was man bei sich selbst besser machen könnte, gibt es dann eigentlich keinen Grund anzufangen, sich über eine andere Person aufzuregen. Weil potenziell, wenn man sich selbst einfach anders verhalten würde, würde die andere Person sich potenziell auch anders verhalten. Das heißt, irgendwas, was das gut auf den Punkt trifft, irgendwie, keine Ahnung, du hast mehr Verantwortung, als du denkst oder irgendwie sowas in die Richtung. Weiß ich nicht, ob das die Message ist, die am Ende dann auch ankommt, aber das wäre was, wo ich mir wirklich wünschen würde, dass das viel mehr Leute verstehen würden, weil ich glaube, dann hätten wir eine sehr viel angenehmere Erde, auf der wir leben. Was ist irgendwie so eine ungewöhnliche Sache oder eine ungewöhnliche Gewohnheit oder so, von der man jetzt nicht direkt denken würde, dass du so machst? Oder irgendwas, was du magst oder so, was ungewöhnlich ist? Ja, also mache ich jetzt noch nicht Ewigkeiten, aber so letzten Sommer habe ich angefangen, damit so ein Hochbeet zu pflegen. Und jetzt habe ich irgendwie seit so ein paar Monaten angefangen, kochen. Und wir kochen das jetzt nicht so ungewöhnlich, ne? Nee, aber vielleicht irgendwie, also schon dann irgendwie, ich versuche dann auch mal, ja, guter Freund, ich versuche dann irgendwie auch mal so ein bisschen was Außergewöhnlicheres irgendwie zu machen. Irgendwie Spaghetti Bolognese oder so. Nicht nur ein trockenes Brot mit Nutella. Nee, schon irgendwie so ein paar Sachen, so begeisterter HelloFresh-Abonnent und so weiter und so fort. Das macht mir irgendwie Spaß. Ja, sonst glaube ich, bin ich jemand, der potenziell sehr, sehr, sehr vielseitig irgendwie ist von dann irgendwie diesen Themen, wo ich irgendwie Mathe-Informatik-Leistungskurs irgendwie hatte. Und irgendwie auch damals irgendwie die Möglichkeit hatte, ein Frühstudium zu machen, das damals auf Ratschlag meiner Eltern abgelehnt habe, über irgendwie diese ganzen Laufthemen bis hin zu manchen Themen, mit denen ich mich so in letzter Zeit irgendwie beschäftigt habe. Und dann gibt es, glaube ich, potenziell vieles, was man in einem persönlichen Gespräch mit mir irgendwie noch herausfinden kann, je nachdem, was einen selbst irgendwie interessiert und begeistert. Nächste Frage, so, ich meine, das ist jetzt ein bisschen vielleicht überlappend mit vielem Content, den man so von mir hört oder den man bei dir auf LinkedIn hört. Aber wenn du so überlegst, was so Ratschläge sind, die die Leute relativ oft hören von anderen, von denen du jetzt nicht so viel hältst. Also was sind so ein, zwei Ratschläge, wo du denkst, okay, das hören junge, ambitionierte Leute irgendwie vielleicht relativ häufig, wo du sagst, in meinen Augen ist das Quatsch und warum? Ja, ich muss halt sagen, ich finde es halt oft sehr, sehr krass und sehr traurig, wie viele Leute sehr unreflektiert sind in dem, was sie teilen. Das ist oft auch gar nicht negativ gemeint oder sowas, aber viele Leute teilen wirklich Ratschläge, wo es gar nicht darum geht, dass die andere Person bestmöglich dasteht, sondern worum es da oft geht, ist, dass man selbstmöglich gut dasteht. Das heißt, es ist oft so, hört man leider echt oft von auch teilweise sehr erfolgreichen Leuten, dass sie so Sachen sagen wie, ja, ich würde nichts anderes machen und ich würde es nochmal genauso machen. Und dann guckst du dir den Werdegang an und denkst dir so, okay, ob du jetzt die Bankausbildung und das duale Studium oder das und das Praktikum, also natürlich bist du am Ende hoffentlich zufrieden damit, wo du gelandet bist. Aber ob du dich jetzt wirklich hier hinstellen musst und so tun musst, als ob das der perfekte Weg war und als ob es nicht rückwirkend trotzdem sinnvoller gewesen wäre, vielleicht was anders zu machen, da habe ich halt dann oft so den Eindruck, dass es halt wirklich darum geht, sich das selbst in dem Moment irgendwie zu rechtfertigen, anstatt dass es darum geht, irgendwie einer anderen Person zu helfen. Genauso dieses ganze Thema mit so, hey, es ist ja auch voll wichtig, dass du irgendwie Fehler machst. Also ja, wenn du schnell unterwegs bist, so, dann werden Fehler passieren, so, es wird irgendwas, wird man nicht richtig machen, aber das ist nicht die Logik dann, dass man sich nicht Unterstützung holen sollte und alles versucht selbst zu machen und dann sein Ego zu streicheln, weil man der Meinung ist, hey, ich habe das jetzt selbst gemacht. Also, wie gesagt, ich bin ja auch jemand, der zum Beispiel jetzt, natürlich kann ich mich hier hinstellen und sagen, hey, ich versuche das alles selbst zu machen, was jetzt hier die Leadership-Thematiken zum Beispiel angeht, mache ich aber nicht, sondern ich bin der Meinung, hey, da gibt es Leute, die haben viel mehr Ahnung davon und ich hole mir die Unterstützung davon. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern das ist ein Zeichen von Stärke, wenn man sich das eingestehen kann, in dem Moment zu sagen, hey, ich weiß nicht alles und ich weiß, dass es Sachen gibt, die könnte ich besser wissen und sich dann da Hilfe holt auf das Thema. Das ist ein Zeichen von brutaler Stärke, so selbst zu erkennen, wo man sich selbst limitiert und das finde ich brutal schade, gerade auch in diesem ganzen Kontext. Natürlich gibt es viele Leute, die machen irgendwie im Internet irgendeinen Scheiß und die verkaufen dann irgendwie Dinge, die auch wirklich gar keinen innerlichen Mehrwert liefern und so weiter. Aber genauso gibt es Leute, die darauf, auf die Leute, die wirklich einen Mehrwert haben, mit mal mindestens genauso vollidiotischen Sachen irgendwie drauf reagieren, weil du einfach merkst, da ist den Leuten nicht wichtig, was der Fortschritt ist von der einzelnen Person. Das ist auch nicht wichtig, was die Leute generell für einen Fortschritt machen, sonst hätte man sich andere Fragen gestellt, weil dann würde man zum Beispiel in den Austausch gehen mit uns, dann würde man auf unserer Webseite schauen, dann würde man sich mit Leuten unterhalten, die bei uns im Programm sind. Aber das ist halt oftmals nicht der Ansatz und was mir wichtig ist, ist, dass die Leute verstehen, warum das nicht der Ansatz ist. Weil das ist nicht der Ansatz, weil das da nicht die Kapazitäten da sind oder sowas, sondern es ist halt häufig leider wirklich ein Ansatz, der nicht darauf basiert, dass man irgendjemandem nachhaltig helfen möchte, sondern der basiert tendenziell eher auf anderen Motiven. Und das finde ich auch immer ein bisschen schade, praktisch wie unreflektiert das geteilt wird und wie unreflektiert das dann auch mitgenommen wird, weil wir werden, also wie gesagt, das ist dann auch unsere Verantwortung, müssen wir auch besser werden drin. Und wir werden das auch in den nächsten Wochen auch sehr viele Themen teilen, wo einfach vollkommene Dissonanz ist zwischen dem, was die Realität ist und was irgendwie die Praxis ist. Wir haben jetzt erst die Tage eine Umfrage gemacht, wo wir die Leute gefragt haben, ja, wie viele deine Eltern haben praktisch studiert. Und wir kriegen ja irgendwie ständig von irgendwelchen Leuten gesagt, dass das ja, dass alle Leute, die bei uns sind, voll die reichen Leute sein müssen oder sowas. Aber das ist halt so fern von der Realität. Wir sind halt genauso, haben einen ähnlichen Stand wie wir. Also wir haben irgendwie ein Drittel der Leute, die erst Akademiker sind. Wir haben ein Drittel der Leute, wo ein Elternteil studiert hat und gerade mal ein Drittel kommen aus dem nachhaltig definierten Elternhaus irgendwie. Akademikerhaushalt oder so. Ja, also aus dem vollständigen Akademikerhaushalt. Und das sind Sachen, da müssen wir einen besseren Job darin machen, dass das klar wird. Ich würde mir manchmal einfach ein bisschen mehr Weltoffenheit irgendwie wünschen und mehr zu versuchen, dass die Leute versuchen, Dinge zu verstehen, anstatt zu versuchen, dass sie die wegdrücken, ohne sich nachhaltig damit beschäftigt zu haben. Weil ich glaube, dass das leider in unserem Kontext auch sehr vielen Leuten, also da bleibt einfach Potenzial liegen. Und das finde ich irgendwie immer schade. Weil es gäbe sehr viele Leute, die davon brutal profitieren und leider aber durch solche Themen teilweise oder durch die Themen, dass sie sich selbst gar nicht erst die Frage erlauben, leider nicht dazu kommen, sich damit nachhaltig auseinanderzusetzen. Zu was konntest du in den letzten drei, vier Jahren besser Nein sagen? Gibt es da irgendwie was? Und falls ja, was hat dir dabei geholfen? Zu externen Erwartungshaltungen bin ich deutlich besser drin geworden, dass wenn ich jetzt keine Lust habe, dass wir um 10 Uhr einen Podcast aufnehmen, dass ich dir das sage und dass ich darauf oft bestehe oder dass ich besser darin geworden bin, hey, ich mache da, da gehe ich ins Gym. Und egal, wer jetzt einen Termin in der Zeit fordert oder was auch immer, ich gehe da ins Gym. Also in solchen Themen, wo man irgendwie so ein bisschen für sich, ja, sage ich mal, sich priorisiert, aber gar nicht auf eine egoistische Art und Weise meiner Meinung nach, sondern einfach auf eine Art und Weise, die man braucht, um nachhaltig irgendwie funktionsfähig zu sein. Das habe ich sehr viel besser lernen dürfen. Wenn du irgendwie in deinem Büro arbeitest und du merkst, du bist unkonzentriert oder auch damals in den Praktika oder sonst was, hast du da irgendwie einen Trick, wie du dann back on track kommst? Also hast du irgendwie eine Routine? Jemand anders hat mir erzählt, der hat ein Bild hängen, was er dann immer anschaut und Motivation bekommt. Hast du da irgendwie was? Also was mir immer brutal hilft, ist, ich habe halt jeden Morgen für mich schon eine klare Routine, die unter anderem irgendwie zum Beispiel Meditation drin hat. Und wenn ich merke, hey, da sind gerade viele Themen irgendwie auch sehr unruhig, ich habe auch definitiv noch viele Nächte, wo ich nicht gut schlafe, so. Und wenn ich das merke, dann versuche ich halt mir da ein bisschen mehr Zeit zu nehmen und da auch teilweise mal irgendwie mal zwei Stunden oder sowas das dann zu machen. Das hebt mich auf jeden Fall immer krass raus, das ist jetzt natürlich im Büroalltag jetzt nicht ganz so das, aber typischerweise starte ich so dann eigentlich, seitdem ich das irgendwie nachhaltig so mache, halt erstmal sehr gut in den Tag typischerweise. Tendenziell mit einer guten Laune. Ja, und sonst, was mir immer hilft, ist halt, dass mir irgendwie klar ist, warum man das irgendwie so macht. Und da vielleicht irgendwie auch irgendeinen Visual Reminder von zu haben, hilft typischerweise. Also ich habe schon irgendwie so eine Art Vision Board oder sowas mit so ein paar Bildern oder so, aber ja, keine Ahnung, also in den meisten Situationen bin ich schon auch in der Lage, durch reine Willenskraft mich dazu zu bringen, was zu machen, was jetzt erforderlich ist. Das sind dann eher so Big Picture Themen, wo ich irgendwie, ja, wo man vielleicht merkt, okay, gerade ist echt schwer, also wir kommen irgendwie nicht voran oder so. Da muss ich mich dann daraus aushiefen. Dass ich jetzt aber einfach so eine Aufgabe so vollkommen nicht mache oder sowas in die Richtung, die vor mir liegt, das kommt eigentlich jetzt typischerweise eigentlich nicht mehr vor. Zum Glück. Ja. Eine letzte Frage, Jonas. Gibt es irgendwo Momente, wo du auch wirklich schon gedacht hast, okay, warum habe ich nicht einfach normal Karriere gemacht? Und damit meine ich jetzt nicht hier Einstieg in der Top-Strategie-Beratung. Okay. Sondern halt wirklich, wie man es ganz klischeehaft kennt, 9 to 5, 35 Stunden Woche, 40 Stunden Woche, normales Gehalt verdienen, normale Wohnungen, normaler Urlaub zwei, dreimal im Jahr. Ja. Ganz normale Perspektive auf das Leben. Ja, also gefühlt einmal in der Woche auf jeden Fall, also Minimum. Also es sind dann halt so diese, ja, ist jetzt, also soll jetzt nicht falsch gemeint sein, aber so diese schwachen Momente so ein bisschen, weil ich weiß, so für mich nachhaltig, ich bin bereit, diese harten Schritte zu gehen, weil ich da für mich mehr Erfüllung drin sehe, ein krasses Leben zu leben. Und ich weiß aber und merke das immer wieder Tag für Tag, dass das, dass man da, also man muss halt bereit sein, mehr Schmerzen mitzunehmen auf dem Weg, sei es irgendwie beim Sport, wo das irgendwie mehr wehtut, wenn man irgendwie sehr gut in irgendwas werden will, sei es irgendwie im Business, wo man vielleicht von der Arbeitsbelastung irgendwie manchmal an Grenzen geht, aber das zum Glück jetzt aktuell auch nicht mehr so oft, sondern eher dann vielleicht auch auf so einer Metall-Ebene irgendwie viele Grenzen hat und das genauso dann irgendwie im Privaten, wo man, natürlich kann man irgendwie, ja, sich so ein bisschen mit einer, zum Beispiel einer Beziehung oder sowas zufriedengeben, wo irgendwie so alles, das passt halt so. Aber ich hätte halt schon dann auch lieber gerne was, wo das nicht nur passt, so, sondern wo ich der Meinung bin, da, da wächst man jetzt irgendwie, äh, irgendwie auch. Und das Wachstum, das tut halt immer wieder weh und natürlich hat man da 100% die Momente, wo man sich fragt, ey, warum machst du das eigentlich, äh, warum, ähm, machst du nicht irgendwie entweder eine viel entspanntere Version, ich glaube, das ist ja jetzt eher das realistische Gegenszenario bei uns, wo man irgendwie sich überlegt, hey, ich helfe jetzt irgendwie einfach ein, zwei, ein, zwei Leuten dabei irgendwie zum Beispiel den und den Prozess aufzubauen oder sowas in die Richtung, mach das Ganze nicht so ambitioniert oder helfe irgendwie einfach viel, einfach weniger Leuten in dem Bereich oder sowas in die Richtung. Das sind dann oft eher die Gegenszenarien, die typischerweise dann so in meinem Kopf irgendwie sind. Ja, meistens merke ich dann aber nach ein paar Minuten, dass das halt jetzt so eine Art Trotzreaktion irgendwie ist, weil ich irgendwie merke, hey, das tut mir gerade irgendwie, ja, das tut mir weh. Also weh tun, meine ich jetzt gar nicht irgendwie körperlich oder sowas, aber ich merke so, ich habe auf irgendeiner Ebene irgendeine Angst oder sowas oder ich merke, hey, es läuft gerade nicht so gut und das ist so ein bisschen so mein Schutz, mein Schutzschild. So anstatt, dass ich mich dem Schmerz hingebe, sag ich mal, ist das jetzt der Schutzschild, dass ich irgendwie sage, ja, ich könnte es aber, wäre es nicht cooler, wenn man das einfach entspannter, entspannter angehen würde. Ich weiß auf einer tiefen Ebene, dass ich das nicht möchte und merke das auch immer wieder, aber das macht den Weg auf jeden Fall nicht einfacher. Ja, nice Gespräch, oder? Ja, David, danke dir. Gute Folge, würde ich mal sagen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann schaut gerne mal beim Jonas auf LinkedIn oder auf Instagram kann man vorbeischauen, ne? Ja, auf LinkedIn versuche ich mal ab und zu was zu posten. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich für einige von euch jetzt auch echt interessant irgendwie gewesen sein, mal zu sehen, wer da sonst so hinter der Firma steckt und auch mal so tiefere Insights bekommen zu haben. Ich meine, grundsätzlich gibt es noch viele andere Facetten bei uns, die auch sehr interessant sind. Ja, es steckt mehr dahinter, als man auf den ersten Blick denkt. Das ist bei vielen Sachen so. Ja. Nicht nur bei irgendeiner Karriereberatung für Studenten, sondern auch bei vielen, vielen anderen Sachen, sollte man sich nicht irgendwie vorschnell vielleicht ein Bild irgendwie von bilden, sondern vielleicht mal eine Stufe dahinter gehen. Ich fand da, oder ich glaube, da waren sehr viele wertvolle Sachen für viele von euch dabei. Und schreibt gerne euer Feedback dazu irgendwie, wenn ihr das Ganze hier auf YouTube anschaut, in die YouTube-Kommentare. Ansonsten, wie gesagt, könnt ihr uns gerne auch auf Instagram, LinkedIn etc. kontaktieren. Ja. Falls ihr Bock habt, bei uns mitzuarbeiten, falls ihr Bock habt, richtig was zu bewegen, falls ihr vielleicht auch mal ein eigenes Startup kunden wollt oder so, dann könnt ihr gerne auch mal den Jonas anschreiben. Falls ihr vielleicht auch mal sechs Monate Praktikum, Entrepreneur Residence mitmachen wollt oder so. Also da kann man, glaube ich, bei uns a. mehr lernen und b. mehr bewegen als bei vielen anderen Praktika. Auch gerne mal dem Jonas schreiben. Und falls ihr doch lieber eher den ganz klassischen Weg machen wollt, wie es der Jonas im Studium auch gemacht hat und das mit weniger Fehlern und noch erfolgreicher, dann meldet euch gerne an für unser Coaching. Einfach auf www.pumpkincreas.com gehen und einen Termin ausmachen. Ja, und dann können wir uns mal euer Profil anschauen und schauen, ob wir mit euch zusammenarbeiten können und wollen. Und ihr könnt ein bisschen ein besseres Bild von uns bekommen und dann schauen wir mal, ob wir da zusammenfinden. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, wir betreuen über 1000 Leute schon in den Coaching-Programmen. Funktioniert sehr, sehr gut, wie man auf der Webseite in hohe nachlesen kann, wenn man eine Stufe tiefer geht. Und ja, schön, dass ihr dabei wart. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja.